So. Lettes, fettes. Haben wir alles? Ja, ne? Kann du es nicht. Die Minumbrandung hänge ich mir an die Wand, die betont die Eisenstäbe. Es ist immer Arbeit auf dem Tisch. Ja. Aber es ist halt, es ist was anderes. Es ist, es ist anders. Seit die Kollegin in Elternzeit ist, Mutterschutz und jetzt Elternzeit, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Laden läuft. So, da ist es, es ist anders. Eigentlich schon mal in den Raupe 24 Stunden streamen. Äh, ja, ich habe das einmal gemacht. Das hat auch gereicht. Ja. Nein, ich werde das nicht nochmal machen. Also ein 24 Stunden Stream ist für mich ganz persönlich echt anstrengend. Ist das lauter als sonst? Oder irre ich mich? Aber ich bin doch bei 60, oder? Ich habe nichts am System gemacht. Gibt es ein Windows-Update? Nö. 1. Nö. Das ist ja weird. Das ist alles noch normal. Ich finde es auch lauter. Ist komisch, oder? Jetzt können wir noch hier oben gucken. Aber der dürfte hier oben eigentlich keinen... Der dürfte bei mir eigentlich nichts machen. Maximal bei euch, aber nicht bei mir. Aber der ist auch normal. Das ist super weird. Ist das weird. Gibt es da ein VOD von? Von dem 24 Stunden Stream? Ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Das ist komisch. Der war doch nicht auf 100%. Das ist schön hier. So ist besser, ne? Chat? Das ist besser. So ist gut. Merkwürdig. Merkwürdig. Snakehawk beschwert sich über deine Anweisung, komisch ein Eis zu geben. Oh. Anweisung weitergeschoben. Ein Ei. Ja, aber nicht... Nicht Eis-Pi. Eins zum Essen. Kann man Eis-Pi essen? Hast du eigentlich einen IPS-Monitor? Weißt du das, Schatz? Was ist ein IPS-Monitor? Er weiß es auch nicht. Also habe ich vermutlich keinen. Hallo, der Naris. Nichts abgewinnen, dann lieber viermal sechs Stunden. Es kommt auf den Streamer an. Rick, tatsächlich. Also, es gibt ja Streamer, die können solche Streams gut durchziehen. Also, die... Bei denen geht das, ja? Die sind dann nicht total im Arsch oder so. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Geht nicht. Ne? Ich bin dann... Ich bin Matsche. Für mich ist das nichts. Au. Oh, Alter. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt lass halt los! Eigentlich hab... Ey, es ist wirklich... Ich hab das viel gesehen, ne? Ich dachte mir so, die kommt da nicht an mich ran, aber doch kommt sie. Das gibt's da nicht. Dieses hässliche, hässliche Vieh. So, erst mal Essen hier. Das hatte ich ja beim letzten Mal, haben wir ja gesagt, ja. So, Essen, Trinken. Vital Signs Stabilizing. No, seh ich auch so. Da ist das da. Ich weiß ja auch, ob wir jetzt hier alles gesehen haben, was es hier zu sehen gibt, ne? Wir waren ja dann... war ja beim letzten Mal dann schon spät und so. Vielleicht auch die PDA-Pause. Ne, die offensichtlich nicht. Ich schätze Groundhog, das war wirklich nur Sound. Das ist halt merkwürdig, dass es nur Sound zurücksetzt. In-Plane-Switching. Ja, ich gehöre zur Familie, der irgendwas LCDs gefugt, was? Werden Lichtmodulen, Eigenschaften nicht beleuchtet, da flüssig Kristalle genutzt, Flachbild... Mhm, aha, ja, mhm. Also hier steht, da steht AOC auf meinem Monitor. Pre-Sync steht da noch links. Und da rechts steht G2460V. So. Masi, einen wunderschönen guten Tag, Herr Löhchen. Falls das hilft. Oh nein, da ist... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Äh. Eigentlich nur ein Snack. Doch. Ich will noch ein bisschen was snacken. Wenn's geht. Propellerfisch ist halt einfach zu schnell. Aber die hier lassen sich, äh, ganz gut rösten. Sehr gut. So geht's. Äh. So, Masi hat dich begrüßt. Äh. Auf dem Bildschirm steht eine Blumenvase. Hast du den gleichen AOC-Monitor wie ich? TN-Panel? Kein IPA? Würde er auch sagen, TN. In der Stream eh egal. Äh. Guckt doch mal rein, ob die Flüssigkristalle in Plane switchen. Was? Nein, kein Curve-Monitor. Wo ist denn Raupe unterwegs? Unter Wasserhöhle? Ja, ich hab hier das, äh, ein Skelett, äh, besorgt. Quasi. Wir sind für Ellen hierhin. Gegangen. Hi, Fiu. So ungefähr. So ungefähr. Ja. Da sieht man auch die Monitore. Genau. Bei der obere, warte mal, das hab ich umgehangen, oder? Ist auch noch der, der da oben hängt? Oder? Also das jetzt sind zwei AOCs und das ist ein Bank-Monitor. Ja, ich glaub, das war da auch schon so, ne? Oder? Doch, sieht so aus, ich glaub. Nee, das ist nicht. Das sind auch alte Monitore. Nee, 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 nee. Das sind auch alte Monitore. Nein, das ist nicht mehr aktuell. In Bezug auf die Monitore zumindest nicht. Da liegt Kacki auf dem Tisch. Ja. Ich glaub, die ist ja auch immer noch irgendwo. Also zumindest eine solarbetriebene Kacke. Klingt auch merkwürdig, wenn man das so sagt, ne? Hi Katzenauge, heiß clean. So. Kurz überlegen. Also wir haben jetzt hier unten dieses Skelett geholt, ne? Das da. Polyanalin, drei Diamant und Klarstallbahn. Das ist jetzt nicht so kompliziert, oder? Die Frage ist, was braucht man dafür? Gold- und Salzsäure. Föhnknospen und Salzablagerung. Gut. Das ist ja nun weiß Gott kein Problem. Skelett könnte ich easy bauen. Die Frage ist, sollten wir noch irgendwas mitnehmen von hier unten? So großartig an Dingen. ein Schaden kann es nicht, solange wir noch Platz haben, wenn wir einmal hier sind, ne? Nur was? Von den Dingern habe ich schon eine ganze Fuhre voll eingesammelt, auch von den komischen Höhlenpilzen. Hi, Rocket Lemur. Hi, Rainer. Dem Fisch ausgewertet für Farbe Kaffeekanne umfällst. Vielleicht merkt, dass der Fabrikator nicht akzeptiert ist als dein fehlendes Beurteil. Ja, fuck. Wo ist, nehmen die jetzt noch mit hier? Man weiß ja nie. Ich hoffe ja, dass wir die anpflanzen können. Die können wir bestimmt anpflanzen, oder? Klar, why not? So, nehmen wir davon noch was mit. Hey, komm hier. Was ist das? Komm. Ich würde dir das hier gern mitnehmen, ne? Also das hier sich irgendwie in die Base hängen, wäre doch super schön. Aber nein, das können wir nicht mitnehmen. Jetzt scheint es mir zu leise. Ganz merkwürdig. Hat er mir das hier bestimmt eingestellt? Also Musik, Stimmen, Umgebung. Das war bestimmt eingestellt. los. Lop. 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 Nee, da trau ich mich nicht hin. Da ist das blöde Ding. Da ist noch eins. Plupp. Plupp. Schön, ich hoffe, ich hab hier unten nichts übersehen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Nee, eigentlich müssen wir ja gar nicht gucken. Ich hab jetzt genug davon. Ich hab davon ja schon ganz doll viel. Im Dings. Wir können jetzt noch Ufer abbauen. Das würde ich noch machen. Wochenende hat, dann geht der Stream heute bestimmt etwas länger, oder? Ja, das ja sowieso. Also Donnerstags geht der Stream immer länger. Ja, Lea. Er hat bestimmt die Musik leiser. Kleiniges, was zu essen bestellen, bringen lassen, weil es ganz, äh, verwerfliche Missetat ist, zwecks Zubereitung von Nahrung in dem Stream fern zu bleiben. Ah, wie kleine Sonnen. Ja, fünf Tage, Wochenende vor mir. Allerdings erst ab morgen nach Feierabend. Aber dann halt inklusive Mittwoch. Nice. Nice. Yes. Rocket, da hab ich dich gegrüßt. Hi. Möchtet ihr das Bürospielzeug haben? Welches Bürospielzeug? Okay. 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 Wuppel, wuppel, wuppel. Hi, Azrael. Okay. Packen wir noch so viel Quarz ein, wie geht. Und dann hauen wir ab. Bauplanliste, das Antigrafkugel, äh, Kugelknallspiel. Ach, das? Ja. Das ist super. Wir haben ja dann auch irgendwann ein richtiges Büro in unserer Base. Guck mal, wir nehmen jetzt so viel Zeug mit, da können wir dann bestimmt bauen. Einiges. Wo ist das? Okay. Dass man nicht in dem Ding, in dessen Vorrat gucken kann, ne? Triggert mich auch ein bisschen. Guck mal, der hat nämlich noch ein bisschen Platz. Keiner. Nimm die Zahnarzt an. Hm, das stimmt. Das ist wohl warm. Oh, nein. So. Hier noch ein bisschen. So, hab ich noch. Zeig dir mir das dann an, wenn der voll ist. Klickt dann einfach da nebenher rum, vermutlich, ne? Jetzt. Gut. Jetzt ist er voll. Alles klar. Zack. Angedockt. Stimmt's denn aber noch laut genug, oder? Stimmt's denn aber noch laut genug, oder? Stimmt's denn? Hä? Ach, guck. BK8 haben wir noch und Z13. 162 Meter, das ist gar nicht so weit weg. Wenn da von hier was hinkommt. Okay, könnten wir nicht lauter sein. Dann können wir nur noch das hier wieder auf 100 machen. Er hält sich merkwürdig, oder? Dann etwas leiser. Er redet halt so leiser. Das stimmt ja. Er redet allgemein leise. Das ist leider wahr. Tja, jetzt bin ich ein bisschen versucht, ehrlich gesagt, weil das nicht weit ist. Ach, was soll's? Mal gucken, dass wir noch ein bisschen Platz drin haben. Alles kann ich sowieso nicht mehr ablegen. Wir gucken mal, ob wir von hier aus dahin kommen, wo das Artefakt sein soll. Schade. Gut. Achso, halt. Nein, weißt du, was wir machen können? Wir können das direkt zu Glas verarbeiten. Wir brauchen sowieso Glas. Weißt du, wie viel Glas wir brauchen? Oh, vollen. Hallöchen. So. Ja, Maus. Was ist denn los? Hat er dich wieder einfach alleine gelassen? Das ist gruselig, ja? Ja. Mit diesen Donnerstage, diese merkwürdigen. Ähm. Mai, wieder komplett irritiert, ne? Willst du kurz Hallo im Stream sagen, ja? Hallo, sag Hallo. Lass bitte das Kabel. Lass es nicht gut. Hallo. Magst du nochmal Hallo sagen? Nein, ne? Du bist alt. Du magst nicht nochmal Hallo sagen. Du bist immer anstrengend. Du bist anstrengend. Ja. Du. Äh. So. Äh. Und dann machen wir daraus auch noch Glas. Wobei. Ein bisschen Quarz sollte ich vielleicht auch so mitnehmen. Komm, ich lasse das jetzt so. Hi, Knuddelwurf. Hi, Knuddelwurf. Hallo, Hoshi. Hallo, Injective. So wie der Subnautiker. Ich krieg Entzug. Wovon? Wie Entzug. Oh, meinst du jetzt Stream Entzug Injective? Das tut mir leid. Wie redet sie denn mit Sandu? Ähm. High Spoiler. Ja. Tut mir leid, Injective. Auf bald. Basti hat heute keine Zeit, sonst hätte es Grounded gegeben. Halt, ich sag nur einmal Hallo. Ich kenn das eher so, dass sie alles wiederholen. Bis bald, Injective. Viel Spaß beim Selbstspielen. Äh, so. Hier, halt. Was? Wohin da? So, wir gucken jetzt mal, ob wir da hinkommen. Vermute, ehrlich gesagt, nicht, weil ich glaub, das System hier, das war abgeschlossen in sich, oder? Hier unten das. Ja, ich komme nicht darüber. Ich komme nicht nach links, quasi. Ich glaub, das hier war komplett in sich geschlossen. Das System. Und das scheint ja zumindest einen Millimeter höher zu sein. Dann müssen wir mal gucken, ob wir mit der, wenn wir, wenn wir jetzt hochfahren mit der Bahn, ob wir dann irgendwo da vielleicht hinkommen noch. Flausch, 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 flausch. So. Okay, ich spreche mal kurz, weil das wird jetzt wieder. Sternenschatten, danke für den Follow. Oh, was ein schöner Name, ne? Sternenschatten. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, irgendwo da. Oh, Gott. Ich hasse es. Echt, also die Bahn, das war schon ein Krampf, die hier reinzukriegen, ne? Es wird jetzt nicht leichter, sie hier rauszubekommen. Okay. Gut. Jetzt ein bisschen vorsichtig, gucken, wo wir hin müssen. Das ist jetzt die Frage. Es müsste eigentlich auch weiter unten sein. Das ist eher unwahrscheinlich. Wir dafür jetzt hoch müssen. Oh, Gott. Meine Fresse, du. Da so, ne? Wir können ja mal direkt drüber fahren. Vielleicht hilft es. Du früh eingelenkt. Du früh eingelenkt. Tag, da habe ich mir kurz an. Entschuldigung. Ihnen vorbei. Nee, da glaube ich nicht. Ah, unten eher so. Hallo. Fischi. 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 War das da vorne auch so ein Wal, oder war das was anderes? Da war auch was Großes. Ich repariere vielleicht erst mal die Seebahn, oder? Das ist, glaube ich... Das ist nicht so ein Wal. Was bist du denn? Hi, Santius. I don't like this. Wieso muss ich eigentlich aussteigen, um die zu reparieren? Warum geht das nicht von innen? War auch schon ein Wal. Normaler Wal. Keine Sorge. Haben wir jetzt die Füße vom Krebs aufgesetzt? Äh. Äh, denkbar. Ja, aber was auch immer, das ist noch nicht gescannt, oder? Oh, was haben wir denn hier? Ja, Bauerskelettstruktur. Eine dichte und stabile synthetische Skelettstruktur aus unbekannten fremden Bestandteilen. Es wird geschätzt, dass das Skelettmaterial auf der Moschen-Härte-Skala eine 10 erreicht. Aufgrund seiner unglaublich starken Schlagfestigkeit ist es sehr bruchsicher. Hei Togodera. Oder reicht die Bahn vorn? Ne, man muss schon die einzelnen Segmente reparieren. Aber meistens ist bei mir vorne kaputt. Hehehe. So. Äh, einheimische Lebensform. Tiere, Fleischfresser. Wobei es könnte ein Leviathan sein. Äh, ja. Nein, der fehlt definitiv noch. Das 100-Brunnen-Leviathan, oder? Jetzt sehe ich gerade noch was anderes. Das war ein Beamter. Meinster. Hä? Achso, ich hatte die eine, hatte ich im Inventar. Genau, ne? Also ihr seht dort oben den gelben, dieses gelbe Ding. An den einzelnen Teilen. Und das zählt wirklich für... Oh, ich würde ihn ja verflucht gerne scannen, ne? Mut zur Lücke! Komm mal her, mein Freund. Komm, lass kuscheln. Hey! Hallo! Hey! Hallo! Komm hier! Hey! Ich bin nicht super schnell mit dem Ding hier. Du bist viel größer als ich. Ich will dich da nur scannen. Ach, Gott, damit! Scheiße, ich krieg die nicht gescannt. Ich sterbe. Kein Midi-Pit. Muss weg. Ja, ist halt super mies. Warum muss man den so lang scannen? D, H, irgendwas. Vielleicht mit Wadisch versuchen. Weil er groß ist. Achso, ätzend. Und hinten darf ich ihn gar nicht scannen. Das ist mindestens genauso ätzend. Soll denn das? Ich hab kein Midi-Kit dabei. Und du? Komm, ist nicht so weit weg. Man könnte... Guck mal, das ist hier gleich. Musst du so nah ran, um zu scannen? Ja, das hat er immer wieder abgebrochen. Leider muss ich so nah ran. Raube pfeift. Mein Hund rennt raus und sucht, wer es war. Würde mich auch nicht gerne von hinten scannen lassen. Hi, Jarin. Ist das doch scheiße, ist das doch. Ich will den doch nur scannen. Achso, apropos das da, will ich eigentlich auch scannen. War er das jetzt? Oder war das was anderes? Ist er so? Guck, mir ein bisschen Püppi kreischen, ne? Was er macht. Vielleicht ist es einfach, den von innen zu scannen. Ich bin so Handschuhe gerade. Echt. Was mach ich denn jetzt mit dir? Und da den Sachen zu scannen. Guck doch mal da. Ist das ein normales Frachtabteil? Ist das ein Aquariumsfrachtabteil? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe den Bauplan gekriegt. Können wir es bauen? Yeah. Hallo, der Tod. Das ist sehr gut. Essen für unterwegs. Ganz frisches. Hi, Entilzer. Läuf. Mein Freund. Wie machen wir das jetzt hier? Ich würde hier gerne runter, wenn es okay ist. Für ihn, glaube ich, ist nicht okay. Ich habe das Gefühl, es stört ihn. And I don't know really why. Eigentlich sollte ihn das überhaupt nicht hören. Das ist ein Artifakt. Das Artifakt könnte Ihnen funktionieren. Prozessung. Processing. Ich kann visualisieren eine Location wo wir finden einen wichtigsten Komponenten für mein Körper. Die Image ist hazy, aber ich bin sicher, dass es korrekt ist. Ein starkes Surfersatz. Dangerously cold. Schuss. Was ist das ein Sarcass? Ich habe immer noch Probleme zu differenzieren. Wie effizient? Effizienz, die Verlust der Wunschung nicht schafft die Komplikationen? Na einer persönlichen Ebene, verlieren kann jemanden traumatisch sein. Aber es ist schwer, die Idee der Wunschung der Wunschung der Wunschung. Menschen sind nicht aufgrund der Wunschung, also können wir überhaupt nicht wissen, was wir verlieren, Moment bei Moment. Wir versuchen zu lernen von der Geschichte. Vielleicht ist es nicht ideal, aber es ist das, was wir haben. Was passiert, wenn du nicht mehr die Erinnerungen von anderen zu kombinieren? Du machst deine eigenen Erinnerungen und Interpretationen. Du musst das Leben als ein Autonomischer Mensch erleben. Entschuldig dich selbst. Diese Idee ist foreign zu mir. Das ist ja komisch. 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 Hi, Joggable. Oh, Ionenwürfel. Gerdermit. Bodenproben-Sammler All righty. Nicht zu fähig, ein kleiner Snack-Fisch irgendwo. Nee, ne? Schade. Nehmen wir die paar Diamanten noch mit, just because. Und dann müssen wir wieder hoch zu unserem Freund. Guck mal, Lithium. Lithium nehme ich auch gerne mit. Rubina haben wir Weißgott genug, ganz ehrlich. Habe ich den verpasst, die zwei Stunden? Wir haben uns aus der Höhle raus manövriert und dann hat uns aber Alan erzählt, dass er schon wieder ein neues Pin für uns hat und da der so nah war, also das waren nur 400 Meter, dachte ich mir, gucken wir mal hier noch her. Ja, jetzt haben wir das hier gefunden und einen bösen Leviathan, der echt nicht nett ist und mich ziemlich gut gesnackt hat, obwohl ich ihn nur freundlich scannen wollte. Ich habe es echt nicht böse gemeint. Basti, einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für den Raid. Chat, kann mal jemand aufwischen bitte? Die kotzen uns den ganzen Chat voll. Das ist ja abart. Mattes, hallöchen, hallo Oliver, hallo Nanya, hallöchen Luki, hallo Mori, hallo Motino, hallo Annie, Ellie Mech, hallo Waldvieh, hallo Dani, hallo Basti. Vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche dir ein tolles Wochenende und so. Wünsche ich. Hey, Smoking Joke. Ab 20 Uhr wird zurückgekotzt. Äh. Hm. Cobrit, danke fürs Zwangsverflauschen von Basti, der da mit dem 8. Monat im Kokon ist und Zugang zu seinem eigenen mega flauschigen Marmorfliesenbatten mit Direktanschluss an die Gummizelle bekommt. Dankeschön. Warum ist denn allen schlecht, wenn sie von Basti kommen? Naja, das ist vollkommen normales Verhalten. Hallo Felix. Ich hab ein tolles Wochenende, Basti, danke dir. Dankeschön. Da ist noch ein Diamant, den nehmen wir auch noch mit. Da unten ist noch ein Lithium, hab ich grad gesehen. Aus dem Augenwinkel. Da. Da ist noch ein Diamant. Oh, noch ein bisschen Platz in der Tärscher haben. Why not? Probine brauch ich halt echt nicht, ne? Also jetzt mal, also wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hinschöpfen soll. So weiter runter ist hier aber eher nicht so, ne? Also ich könnte hier noch das Lithium mitnehmen, aber... Aber da unten ist wirklich nix, oder? Also das ist einfach nur ein Schlot und dann kommt das und das war's, ja. Da ist wirklich nix. Okay. Nicht, dass ich etwas übersehe. Okay, erst nicht zum Spielen kommen, dann kotzende Leute hier abladen. Nicht in den Chat von Raupekotzen. Das muss man sich schon mal aufschreiben, ne? Das ist schon, äh, ja. Schwierig. Ah, Mineralienmangel. Ja, mein Charakter muss auch echt gleich was essen. Das ist eigentlich, äh, ein größeres Problem. Ich meine, im Notfall habe ich noch einen Nährstoffblock einstecken, aber... Naja. So, also, PK8 haben wir. Dann würde ich das nämlich hier auch ausblenden. Dann haben wir aktuell nur noch das eine. So, jetzt müssen wir an dem Arsch vorbei. In welche Richtung muss ich? So, nach da... drüben. Genau da, wo er ist, ist es ja, warte. Mal kurz weggehen, bitte. Ja, mal weggehen. Wie wäre es mal mit einem Scanner an der Seebahn? Wieso hat die Seebahn selbst keinen Scanner? Das wäre das super. Oder nicht? Wie super wäre denn das, wenn die Seebahn einen Scanner hätte? Ey, wie hoch sind wir eigentlich da? Allzeit, nein, lassen Sie mich. Nein, lassen Sie mich. Was habe ich denn gerade gesagt? Habe ich nicht gerade gesagt? Lass mich bitte in Ruhe. Wieso wird denn das immer ignoriert, was ich sage? Oh, was ist das? Mir fehlt ein bisschen Helf. Es gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht, hier irgendwas groß zu untersuchen. War ich hier schon? Also ich weiß, wir haben mal so ein Ding untersucht. Aber habe ich das hier untersucht? War ich in dem hier? War ich in irgendeinem Frack. Da ist ein Eingang. Wir können ja mal kurz gucken, oder? Der Lexikon. Wie lang kann der Zug werden? Ich weiß nicht, ob der eine Grenze hat. Nein, Berides. Nur in den Chat von Raubekotzen. Nein, das ist falsch. Ah, du Kirina. Was? Warum? Nein. Nein. Ich war hier. Obviamente nicht. Hallo? Oh, das ist der falsche Tool. Okay. Was ist denn ein Kernbrennstab? Wird verwendet, um Kernreaktoren zu betreiben. Uh. 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 Können wir hier nicht irgendwie eine Alge von der Wand kratzen oder so? Eine Alge von der Wand kratzen. Was ist das? Das kann es nicht gewesen sein. Da muss es noch einen Eingang geben. Ich weiß nicht. Wait. In der Quantenkiste, ne? Hab ich in der Quantenkiste. Möglicherweise noch ein Snack. Ja, ich glaube, in der Quantenkiste hat sich mein Nährstoffblock versteckt. Gut. An dem Orangen leuchten. An der Tür? Meinst du das? Meinst du, die Tür war? Die ging nur nach außen und da konnte ich nichts machen. Wandelst sechs Sekunden. Da habe ich dich begrüßt. Hallöchen. Weißt du was? Langes Wochenende für dich. Nur völlig verdient. Sehe ich auch so. Nee, so ein Kasten. Gutes, du sagst mir, wäre es fast nicht aufgefallen. Kasten. Orangenes Leuchten. Oh. Oh. Oh, danke. Oh, das habe ich nicht... Das habe ich... Das hätte ich überhaupt nicht gesehen. Nice one, danke. Das ist das, was ich brauche. Oh, das hätte ich halt voll übersehen. Danke. Hi, Fun Maus. Das hätte ich keine Ahnung übersehen. Okay, also das ist hier ein Eingang. Ich glaube aber nicht, dass das der einzige Eingang ist. Deswegen gucken wir mal ganz kurz, ob es noch einen bunten gibt. Vielleicht. Hat irgendwas Riesiges durch den Boden? Na klar. Vollkommen normales Wahlverhalten. Einfach mal durch den Boden schweben. Okay, unten gibt es keinen Eingang. Wie man sich halt so als Wahl verhält, ne? Einmal quer durch den Boden. Klar. Okay, das ist nur Metallschrott. Ich muss dann aufpassen, weil der nächste snackt mich halt instant weg, ne? Weil wir wegen keiner Happy mehr. Mein Wahl snackt ja Gott sei Dank nichts Fleischiges. Aber hier sind ja nicht nur Wale. Nisch? Ist das echt? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das Eis gewesen ist, also? Dieses Riesending und dann hat man nur diesen winzigen Eingang und sonst nix? Das ist ja nicht dein Ernst. Das ist ja nicht dein Ernst. Oh no, please. Don't. Ist ein Steinwahl. Ach so. Ah, na klar. Heiker laden. Ah, seht ihr, seht ihr, Freunde? Seht ihr hier noch einen Eingang? War das jetzt ein Nein oder ein Ja? Es ist irritierend. Ich habe es versucht. Mein Wale scheint etwas eingerostet zu sein. Ich glaube, er hat mich nicht verstanden. Eisnisch, ne? Weiß jemand zufällig, ob ich hier noch was übersehen habe? Oder ob das wirklich nur dieser eine Eingang ist? Auf Anhieb, also ich sehe hier tatsächlich nichts sonst, bis auf diesen kleinen einen Eingang. Sonst geht es hier nirgendwo rein. So weit ich weiß, hast du nichts übersehen. Okay. Gut. That's fine for me. Dann ab nach Hause. Ich glaube, sie ist ja auf Entzug. What? Nein, mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Wochenende. Fünf Tage. Was war denn das? Was? Merkwürdig. Ich gehe mal in den Schlafabteil. Habe ich das schon nie, ne? Jetzt habe ich es. Nice. Ist das Lithium? Ich gehe mal mit. Salz. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Wow. Junge. Er war das. Er hat geschrien. Nein. Nein. Lass los. Nein. Mach's wieder dran. God damn it. Bist du das Wahnsinn. Bin ich hier? Was ist denn das da? Seht ihr das? Was ist denn das? Ah. Ah. Alles klar. Jetzt weiß ich, was es ist. Das sieht wieder aus wie ein Schlafabteil. Ja. Großböse. Hab's verstanden. Ja, Geist. Geht's? Der hat gerade den anderen Fisch gesnackt? Der hat gerade den anderen Fisch gesnackt, oder? Der hat den großen anderen Fisch einfach weggesnackt. Ich glaube, der hat den einfach weggesnackt. Wasch und weg. Wasch und weg. Ein Schlafabteil des Fischs wird mich das halt echt anpissen, ne? Aber richtig. Gesnackt. Essen ist da. Lass dir schmecken. Guten. Keine Raupen auf dem Speiseplan? Nein. Bitte nicht. Vor allem, der ist gar nicht mal so weit weg, ne? Das Krepelfieh. Der gar nicht. Seek Fluid intake. Ne. Was du nicht sagst. Okay. Wenn du das sagst. So. Wir sind zu Hause. Das ist schön. Ich muss hier Kahn, Blei, Kupferdraht lassen. Kahn, Blei, Kupferdraht. Das kann hier raus. Das kann hier raus. Die muss aufgeladen werden. Verdammt. Warte. Die muss aufgeladen werden. Und... Achso. Warte. Eigentlich kann die Quantenkiste hier rein. Kann hier rein. Ja, das ist schön. So, und den anderen Scheiß müssen wir dann gleich rüberbringen. Ausstieg hier nicht möglich. Why? Oh. Oh. Uh, das ist aber knapp. Ähm. Das, äh, ja. Das war aber knapp, du. Das nenne ich gekonnt. Ne, nicht das. Aber jetzt auch ein bisschen. Aber es geht. Wir sind zu Hause. Lebendig. Kannst gar nicht fassen. So, da werden wir mal die hier schnell aufladen. Dann ein bisschen Pipi-Wasser. Und... Glas. Ich hab ganz viel Glas. Glas können wir nur von außen an die Base klatschen. Ich hab den hier noch. Ich hab das gerade in die Seebahn gepinkelt. Ja, weil mein Inventar voll war. Das passiert. Waren nicht letzten Stream schon alle Schränke voll? Ja. Ein bisschen die Befürchtung, dass der Leviathan jetzt hierher kommt, aber naja. Hoffen wir einfach nicht. So, das sieht doch schon mal richtig vernünftig hier aus. Sehr schön. Und eigentlich würde ich gern hier auch noch ein Fenster. Dann haben wir das rundherum gefenstert. Da komm, irgendwann kommt da unser Garten rein. Sobald wir das haben. Unten sind die Reaktoren. Das muss ich mir mal ganz kurz überlegen. Ich brauche dringend... Ich könnte das nach hier rausbauen. Ich kriege hier aber, glaube ich, gerade keine... Kein Segment ran, oder? Weil da innen Platz belegt ist. Which is not good. Und ja, auch nicht, weil auch da, glaube ich, der Platz belegt ist. Das ist, glaube ich, vollkommen irrelevant gerade. Ich habe das komplett voll gebaut, weil ich ja keinen Platz mehr hatte irgendwo. Ich muss das erst umräumen. Ich muss mich nicht weiterbauen. Hallo, Heiner. Wormfisch und guten Abend. Aber wann wird die Höhlenstärke eigentlich kritisch? Minus. Es darf nicht ins Minus gehen, soweit ich weiß. Genau, wenn sie unter Null fällt. So kenne ich es auch. Kannte Hamburg. Heiner. Mir geht es sehr gut, Heiner. Danke, denn da frage ich auf die auch. Ja, wir machen das irgendwie. Mal gucken. Was ist denn das jetzt hier? Die Spinde müssen weg. Und vermutlich steht auch der Schrank hier im Weg. Eventuell ist der kein Problem, aber da bin ich mir unsicher. Minimum, die Spinde sind ein Problem. Mal gucken. Können wir... Übergangsweise hier aus... Ja, können wir. Sehr gut. Da sehe ich mich. Ja, okay. Gucken wir mal, ob das reicht. Ja, okay. Reicht nicht. Na klar. Ach ja. Das Test-Überbrückungsmodul möchte ich bauen. Das Test-Überbrückungsmodul. Hallo, Beanie. Äh, sprich neben dem Schlafzimmer? Ja, aber das würde halt dort die Sicht versauen. Das ist ein bisschen blöd. Darunter die Fischtenk für die Seebahn, genau. Und jetzt noch das Schlafabteil. Gerade noch angepinnt. Schlafabteilung. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben's gleich. Ich habe was. Und ich hoffe wirklich. Bitte, bitte, bitte. Das ist recht. Wenn nicht, muss der Schrank da noch weg. Minimum der eine. Doch, Gott sei Dank. Oh, das ist sehr schön. Okay, äh. Dann machen wir dort ein Glasssegment hin. Because we can. We can. We can. Das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut. Ist das gut? Das ist nicht gut. Okay, interessant. Ob er das gut gemacht? Nee, geht ja wieder. Alles gut. Escape hat tatsächlich funktioniert. Das war weird. Ein bisschen gruselig. Okay, habe ich echt das ganze Glas aufgebraucht? Krass. Weichern? Also sicherheitshalber. Hallo, Silas. Schönen guten Abend. Warum lässt die Schränke nicht in den Gängen? Warum lässt die Schränke nicht in den Gängen? Das ist eigentlich unkaraktisch, finde. Das Glas vielleicht weggepackt. Nee, verbaut. Tatsächlich. Das trifft es eher. Ich habe das verbaut, oder? Und das Spiel wartet da auf deine Eingabe. Oh, echt? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Aber das kann sein, ja. Das ist tatsächlich denkbar. Hey, pretty witty. Hello. Was geht? So, da haben wir hier noch ein Glassegment. Und hier machen wir jetzt jetzt hier Lager und so hin. Was eigentlich fast doof ist, das hier zu machen, ne? Das wäre eigentlich Nö, doch. Nö, das ist okay, wenn man das hier hin. Aber wird ich einen großen Turnhallen-Lagerraum? Ja, ne? Schon irgendwie. Eigentlich schon, wenn man mal ehrlich ist. Wieso schließt der da nicht an? Ich hasse das, dieses Ding zu bauen. Es ist so unglaublich kompliziert. Wie ist das jetzt an? Hat das angeschlossen jetzt? Diesmal hat es angeschlossen. Okay. Zwei Plastahlbarren. Ich muss das Ding hier nochmal ein Stück vorfahren. Das stört mich. Wie schwer ist die Base eigentlich? Wie schwer ist die Base eigentlich? Ich meine, wenn die so voll Luft ist, trotzdem nicht nach oben treibt. Die ist gut verankert. Die ist einfach super gut verankert. One Eye. Hier. Gut. Also, hier ist jetzt erstmal nichts mehr drin. Also nichts mehr, was ich jetzt zum Bauen brauche. Gut. Hier ist nur noch Kupfer drin. Okay. Palastschränke. Kein Kupfer. Das kommt jetzt mal hier raus. Den können wir direkt wegmachen. Da. Jetzt brauche ich für Plastahl Titan und Lithium, ne? Da ist aus irgendeinem Grund noch ein Lithium drin. What is the purpose of this device? It plays music so that I have something to listen to. What is music? I can detect certain patterns between it. Is it mathematical? An instrument of science? Does it help with your research? It does. Just not in the way you're probably thinking. Musik und Mathe sind stark verletzend. Rhythm ist Mathe, Harmonies können Mathe sein, aber Musik als Einzelne ist mehr als das. Wir erleben es auf einem emotionalen Ebene. A SENSES hat einen Schmerz auf deinem Puls und deinem Gehirn. Es macht dich anders動. Menschen sind mit Musik kontrolliert. Wir machen Musik, und wir sind mit dem Motiviert. Nicht alles ist mit Kontrollen, Alan. Was? Nicht? Das mag ich wirklich, ne? Das ist echt schön. Es erinnert mich an irgendwas. Ich weiß noch nicht an was. Aber ist schön. Ich kann das nicht von hier bauen, ne? Das wäre ja auch zu schön und zu einfach. Hmm. Schmackhaft. Tippisch Mode. Oh ja, kann sein. Ja, ne? Geht so in die Richtung. Richtig. Ja. Das ist korrekt. Hat er wie das einfach hier dran... Ich hatte ja irgendwie erwartet, dass er hier noch... Ach, hier ist die Stütze. Da hat er auch eine Stütze hingemacht. Na, immerhin. Wenigstens zwei Stützen. Ich dachte, er lässt das jetzt komplett stützenlos. Ja, aber so geht's. Nein. Das ist komplett stabil. Das ist super. Ja, das ist super. Alter. So, nice. Das war ein Raum. So, hier können wir doch mit arbeiten. Oder hier gehen ein paar Schränke hin, glaube ich. Und ich würde gerne, ich würde super gerne in die Mitte des Raumes, also hier, hier so, hätte ich gerne, ist nur die Frage, ob das geht, ein Raumtrenner-Element. Aber doch nicht so rum. Ja, so. Und noch eins daneben. Ich zeige euch gleich, warum. So. Jetzt haben wir hier einen Raumtrenner. Und das Praktische ist, ich kann jetzt hier überall, hier überall, und mache hier den Fabrikator, die Modifizierungsstation hin und so, ne? Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Wie ich, wie ich meine? Ne? So die Richtung. Johnny, muss ich dich gerade irgendwie, hä? Was ist das für ein merkwürdiger Kommentar? Sorgt dafür, dass Raubel sich anders bewegt. Hi, Black Silver. Du verstehst es falsch wahrscheinlich. Okay. Hoffentlich. Ich hoffe. Bin ich Kommentar gerade merkwürdig? Läppisch. Ach, läppisch ist gemeint. Wieso läppisch? Aber warum denn läppisch? Sagt man bei mir in der Heimat, wenn man abends seine aufgedrehte halbe Stunde hat? Hä? Ja, aber bei uns ist... Ne, warte mal. Wenn was läppisch ist, dann ist das so... Jetzt muss ich mal googeln hier. Was ist denn... Wird das so... Wie wird es denn jetzt geschrieben, das, was Johnny meint? Na, was nu? Dann ist das nicht richtig, ne? So sagt man... Sagt man bei den Schwaben. Schwaben. Nee, das funktioniert so nicht. Lapsch. Na, aber Lapsch ist... Nee, das ist halt... Das ist ja wieder was Einfaches. Also, ne? Geringfügig nicht der Rede wert. Genau, das ist läppisch. Ist es ja von Leben abgeleitet? Das ist ja von Leben. Albern kindisch. Ich find das halt überhaupt nicht. Auf gut Schwäbisch. Woher stammt diese Redensart? Ist ja, schlachen sich läppisch, betragen unanständig lachen. Für uns Schwaben ist arg, einfach häufig gebraucht. Ja, okay. Die drolligen fünf Minuten. Ja, also ich kenn's halt einfach nur als fünf Minuten, ne? Wenn man seine fünf Minuten hat. Aber okay, das kannte ich nicht. Ja, es ist nicht das, was ich gedacht hab. Definitiv nicht, Johnny. Ich dachte, da ist einfach nur ein Tippfehler drin und da fehlt ein Buchstabe. Und dann wäre es halt, das war halt irgendwie, das konnte ich halt überhaupt nicht zuordnen. Von dem her, alles gut. Aber ja, so lernt man, ne? Schwab, bei den Schwaben gibt es also ein Wort läppisch. Und dieses läppisch bedeutet albern kindisch. Hi, SMK. Hallo, Havok. Interessant. Äh, so. Jetzt hätte ich hier gerne den Fabrikator. Zack. Und vor allem auch das da. Äh, das könnte man eigentlich auch... Geht das? Oh ja, das geht. Da einen hin. Geht da einen hin? Okay. Cool, 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 cool. Gut, du kommst mit. Und du kommst mit. Bildungsauftrag erfüllt. Bild, genau. Johnny hat uns aufgeklärt. Was die Schwaben angeht. Und Tibi hat unterstützt noch. Pretty With E auch. Nösch. Die Fische verstört von der Musik sind die. Und das hat Google gemacht. SMK geht sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Guck mal hier, wir könnten uns mal heilen. so, Kupfer, Titan, Gedönes. Ach so, man könnte ja mal... Ich nehme hier mal noch ein bisschen was mit. Ähm, noch irgendwo Kupfer. Hm. Ist ja da auch mal nicht verkehrt. Ja, das ist wichtig. Kein Schwabe. Die Gefahr, falsch verstanden zu werden, wäre mir im Chat zu hoch. Ja. Naja, die Frage ist auch, wie wird es wirklich geschrieben, ne? Das ist so die entscheidende Frage. Ähm. Ja, das ist schwierig, glaube ich. Naja, bei mir gemerkt. Ich war, ich, ich war ein bisschen irritiert. Ähm. Das ist übrigens auch ein Symptom einer psychischen Erkrankung. Läppischer Affekt. Alberne, leere Heiterkeit. Bei einer hebefrensche, hebefrensche Schizophrenie. Ah. Dezent. So, das ist super, oder? Ich finde das, das finde ich richtig gut. Ich finde das richtig top. So, jetzt machen wir auch hier noch die Batterieladestation hin. Die Energieladestation, die machen wir da hin. Die kommt da drunter. Hier so. So. Ähm. Das ist jetzt alles ganz entspannt umziehen. Ja, toll. Das wird so super. Das wird super. Oh, muss ich die Batterie wechseln? Oder geht's noch? Okay, cool. Der hat das stand null. Der hat das trotzdem gebaut. Okay. Cool. Hi, Blaubärchen. Endlich ziehen die Handwerker aus dem Büro aus. Eine Werkstatt mit Lagerbereich. Genau. Fremdwörter Diskussionsrunden bei Raupe. Ja, ich glaube, das ist aber, das heißt ja nichts. Ja, also es gibt auch sächsische Wörter, die ich nicht kenne. Ich glaube, ich spreche auch in fremden Zungen manchmal. Eingepottet? Eingepottet? Ich würde denken immer, ich wäre Schwabe. Hallo, Socke. Okay, cool. So, was ziehen wir jetzt noch? Äh, die Schränke natürlich. Ne? Das hier würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Geht das? Ja, das ist nämlich ziemlich cool. Eigentlich jetzt auch hier Musik. So. Scheiße, weißt du, wie viele Schränke wir hier hinkriegen? 42. 42. 42. Wir machen gerade mal noch ein Päuschen. Ein kleines. Oder setze ich erst mal noch? Dann kann ich nämlich noch mal Päuschen mit dem Mann machen. Bevor der dann schlafen geht, wisst ihr? Nur überlegen, wie machen wir denn das? Wir setzen die wieder quer, ne? Dieses Ding kein Grid hat, ne? Also, dass man hier nicht wirklich... Das macht mich halt schwach. Wäre so viel schöner, wenn es ein Grid hätte. Macht es so schwer. Fangpunkte? Ja, das meine ich. Ja, ja, das meine ich. Also so Snappoints halt einfach. Lageplan für die einzelnen Lagerplätze aufstellen. Ich muss mal überlegen, ob ich hier anders anfange. Aber das ist halt auch scheiße. Ich muss eigentlich so rum anfangen. Fuck. Geht das nicht. Dann kann ich zumindest das relativ gerade ausrichten. Da muss ich mich direkt einpullern, hast du gesehen. Minimal schräg. Kannst du zur Planung vielleicht einen temporären Raumtrenner setzen? Ne, die Raumtrenner snappen tatsächlich. Die kann man nicht freisetzen. So Kachelinien. Ja, ja, weil ich Grid gesagt habe. Ne, ne, ich meine schon richtig was zum Ansnappen. Ich meine, es ist ja schön, so frei bauen zu können, ne? Aber... Das macht es halt auch an einigen Stellen super kompliziert. Ne, wenn man dann wirklich gerade bauen will. Weil der hier... Guck mal hier, der hier... Der hat wirklich... Also, der Raumtrenner, der ist... Naja, wie er halt ist. Ne? Das ist halt wirklich Raumtrenner. Der hat Snappoints. Der geht nicht irgendwo hin. Braucht ihr eine Woche? Der ist hier, hier, hier. Ne? Also, das funktioniert halt leider nicht. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Schwierig. Oh, ich habe nicht auf Wiederholen gestellt, ne? Wir müssen mal... Wobei ja auch die entscheidende Frage ist, ne? Also, ich hoffe ja, das wird nicht... Hier wird nichts geclaimt, ne? Aber ich lasse das mal lieber. Keine hier. Seit letzter... Letzten Mittwoch auch, ne? Alter. Es geht. Ich verstehe dich, aber... Das ist so... Vor allem seit und... Und seit. Das ist so ein typisches Ding, tatsächlich. Das ist wie das mit einem S und das mit Doppel-S. Auch so ein ganz typisches Ding. Ich sehe es einfach nicht. Scheiße. Ja. Geht. Wo er freigegeben ist, weiß aber nicht genau, wie viel da dran ist. Na, bisher war auch nichts gemutet. Und eigentlich? Wir haben ja die Musik schon komplett gehört. Cool. Hi 303 07. Das ist komisch oder ist, dass ich nicht tippen kann. Scheiße. Ich muss das ja jedes Mal reden. Okay, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Und dann... Dann setzen wir hier hoffenweise Schränke. Es wird allen Spaß. Andi, einen wunderschönen guten Abend. Kleine Pause. Ja? Und dann setzen wir hier ganz viele Schränke. Das wird toll. Tolli! Bis gleich. Stopp. Wieder da. Ah. Ach ja. Ah. Hallo Alex Bodensee. Hallöchen Mango Nutella. Ah. 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 Von der Seite, Azrael. Genau. Ich lasse dazwischen Gang frei. So der Plan. So der Plan. Okay, ist mit der Make-Maschine hab ich ja noch nie gesehen. Aha. So. Ab Achtstellung. Ihr Grübel, Hallöchen. Ähm. Ja, na klar. Das ist überhaupt kein Problem. Hier und dann Barrierefreiheit, PDA Pause. Da den Haken reinsetzen. Silas. So, jetzt muss ich ein bisschen planen, denn wir das eher hier an dem Ding ausrichten sollen, das geht viel besser, das hier an dieser Geraden auszurichten. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Jetzt müssen wir Abstand lassen, damit ich da dazwischen passe. Wir können ja hier immer zwei stellen, oder? Auf einen so ein blaues Ding immer zwei. Zwei reich. Das reicht, glaube ich, glaube ich, auch. Wir haben ja hinten noch. Und dann können wir ja auch noch Spinde eventuell vielleicht ein bisschen. Stellst du die nicht falsch mal auf? Nein. Stell dir genauso auf, wie ich die haben will. Ich mach den nochmal weg. Gott, das nervt so hart, echt. Dass ich das jedes Mal drehen muss. So, wie viel Platz habe ich ungefähr gelassen? So viel? Das ist aber zu eng, dann. Eigentlich muss ich da ansetzen, wo die Rundung aufhört, oder? Wir werden jetzt mal zu Ende. Kriege ich da einen neuen Schrank? Der natürlich wieder gedreht ist. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich kriege einen Krampf. Das wird so... Oh, das ist eklig. Ja, aber ich glaube, der hier ist okay, oder? Warte mal, ich brauche das mal. Das wird zu eng. Komm ich da durch? Oh doch, das geht. Oh nein, das geht. Das wird nicht zu eng. Faszinierenderweise sollte das reichen. Okay. Äh, Titan. Und ich brauche immer noch Quarz dafür. Ich brauche Quarz für die Schränke, oder? Okay, das wird ein Problem. Ich habe kein Quarz mehr. Ich habe das alles zu Glas verarbeitet. Ja, der Trennwand könnte eng werden. Hier so. Dann mit vorbeigehen. Ja, müssen wir mal gucken. Könnte sein. Muss ich hier vielleicht irgendwie anders machen. oder eine Seite freilassen, oder so, weiß ich noch nicht. Schauen wir das so. Kommst du an der Wand noch durch? Oh. Löwchen, Barney. Was hinter den Schränken? Nö, warum auch? Da muss ich doch nicht hin. Irgendwie gefällt mir das nicht. Wieso musst du da nicht hin? Wieso muss ich denn da hin? Hi, Happy Wayne. Die sind doch falsch rum. Alter. Hm. Ich brauche eigentlich schon die Seebahn umbenannt. Oh, Alter. Gehne wir. Ja. Ah. Natürlich ist die Rundung auf der Vorderseite. Das ist doch aber scheiße. Ihr versteht nicht, was ich machen will, oder? Ihr... Das ist noch nicht so ganz... Passt mal auf. Hier würde jetzt der nächste Schrank rankommen. Dann wieder ein Schrank, den ich wieder umdrehe. Und so weiter. Bis vor. Ja. Das heißt, ich kriege dann hier am Ende in eine so eine Reihe, weiß ich nicht, sechs Schränke oder so. Oder acht. Ja. Und kann in der Mitte durchgehen, zwischen denen, in der Mitte durchgehen und komme an jeden Schrank von der Seite ran. Versteht ihr das? Das ist halt einfach super platzsparend. Das ist mega platzsparend. Das ist genauso, wie ich das hier vorne gemacht habe. Hier habe ich das auch so gemacht. Ja? Ich möchte doch sehen, was im Schrank ist. Siehst du da aber gar nicht? Du siehst das doch nicht, was da drin liegt? Das ist ein Krampf, der hilft nur Snap-Mod, der dreht um 45 Grad. Ich kriege so ein Raubing unter Wasser die Luft anhalten, nicht lang. Dann mal habe ich das hier auf... Warte mal, das muss ich ausmachen, ne? Sonst wiederholt er nur den einen Song, kann das sein? So, ne? Also so ist eigentlich der Plan. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich darauf Bock habe, weil das halt super ätzend zu bauen wird. Krampf, er steht nicht richtig. Ich sag ja, das wird super ätzend, das zu bauen. Ich meine, wenn es fertig ist, ist es toll, ne? Aber... Scheiße. Oh, dass der so langsam dreht, ey. Und dass mein Charakter atmet, ist halt auch nicht hilfreich. Ja, das ist okay. Gibt es nichts in den Einstellungen von wegen schneller drehen? Nee. Dem Raumtrenner sichten auf... Magst du mal den Raum nicht vollklatschen? Klein, aber da, der ist egal, das sieht man nicht. Das ist gut so. Das ist gut so. Das reicht. Die haben schon atmet. Wie kann er es nur auf dem Hacken? Atme nicht hilfreich. Ist notiert. Ich meine, das war ein Zehntel Millimeter daneben. Mega halb. Ich hab keinen Quarz mehr. War es jetzt eh. Ich hab keinen Quarz mehr. Bin mir ziemlich sicher, dass ich den Quarz verballert hab. In Glas. Ja. Komplett. Scheiße. Ich muss wieder lösen. Bis später. Bis später. Bis später. Achso, nee. Warte mal. Wir machen das mal so. So, rein theoretisch könnte man dann noch. Das ist aber fast Quatsch, weil... Nee, das ist Blödsinn. Das mach ich nicht. Da war auch Wurst. So, ähm... Hallo, ähm... Warte mal, der macht das doch so, ne? Das heißt, wenn ich den... Nee, das geht nicht. Ich muss den drehen, so oder so. Das ist irgendwie schon... Die A-Pause ist die Musik auch aus. Ja. Bisse. Das ist die Musik auch aus. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich dachte schon, ich hätte Standbild. So, dann pack mal hier Magnetit rein. Ich ziehe jetzt erst mal Rubine von mir aus. Muss ja hier mal irgendwie ein bisschen... Das wird dann sowieso nochmal alles umsortiert. Ich seh das schon kommen. Äh... Da haben wir noch ein bisschen Titan. Dann... Habe ich nicht gerade eine Kiste mit Rubinen gemacht? Ich hoffe... Hat er eine Kiste mit Rubinen gemacht? Oder habe ich keine Kiste mit Rubinen gemacht? Das da... Blei... Noch mehr Titan... Rubinen... Hätte ich eine Idee, wie Bauen einfach sein könnte. Nur bin ich nicht sicher, ob ich sie... Bitte! Ja, 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 ja. Definitiv. Da sag ich nicht, nein, du. Okay. Der erste Titanschrank ist voll. Wir werden dann sowieso... Wir werden vermutlich eine Reihe nur mit Titan haben. Eventuell. Weiß ich noch nicht. So, hier haben wir Magnetit, da haben wir Rubinen, haben wir Kupfer. Oh! Ich brauch Quarz. Ähm. Hier ist ein Below Zero, dann habe ich es vergessen. Heute hat mich der 10-Euro-Gutschein von Epic überredet. Ist schon installiert. Wuhu! Wuhu! Verrückt. Verrückt. SMK übrigens, danke noch für den Follower, falls ich es nicht gesagt habe. Ähm. Wieso sind denn die Schränke immer noch so voll? Das gibt's doch gar nicht. Nee, warte mal. Worum? Alles raus, was nicht Diamant ist. So. Salz. Gold. Noch Silber drin. Also Ordnung ist halt wirklich nicht so meins, ne? Nach Gold. Gold, Blei, Silber. Hier kommt woanders hin. Kommt da hin. Und jetzt nehmen wir den Dia-Schrank mit. Ich weiß halt nicht, wo Trennpunkte sind, daher ja die Idee. Ach so, wenn mittig vom blauen Bereich Trennwand passt. Schreibe entgegenbauen, was du keinen Gang in der Mitte hast, sondern links, rechts mittig Doppelschränke. Die Punkte für eine Trennwand sind vorgegeben. Die Punkte für eine Trennwand sind vorgegeben. Leider ist kein Trennwand für diese Stelle gedacht. Ja, nee, ich glaube nicht tatsächlich. Also, die können da hin, ne? Aber hier für die, also du meinst ja in der Mitte des Blauen, da geht halt leider keine hin, ne? Also ich kann die da hinstellen. Ich kann die auch hier so seitlich stellen, aber nicht, nicht quer. Ne? Da gibt's keinen Snappoint. Da ist wieder ein Snappoint. Das ist hier so, das ist ziemlich fest. Also es ist nur hier zu den, zu den, so rundherum. Ne? Das geht leider nicht hier in der Mitte. Das wäre super. Das würde mir ungemein helfen, aber das geht halt leider. Ich muss ja wieder drehen. Das ist okay. Ja, ich glaube, es ist okay. Ja. Ich glaube, das wird man am Ende nicht sehen, wenn das marginal schräg ist. Aber das ist, also man muss sich hier an diesen Waben so ein bisschen orientieren. Und der Mittelpunkt, der, der, also der Eckpunkt, der geht dort auch an die Kanten der Waben, ne? Also ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist in Ordnung. Die Musik ist in dem Game. Ja, ja. Das, der wiederholt sich doch trotzdem noch. Sag mal, was mache ich denn, was mache ich denn falsch? Hä? Ah, warte mal, das ist richtig, oder? So ist richtig, ne? Und das bedeutet random. Hobbit, vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für 31 Monate im Kokon. Du bekommst die Spülung für deinen Thron im Badezimmer. Vielen, vielen lieben Dank. Einfacher ist als am PC, ja? So. Quarz. Ich muss Quarz sammeln. Oh Gott. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Lass mich doch erstmal in den Vorrat. Ich wusste doch, dass du noch voll bist. Wie sie Waben hat? Das weiß ich nicht. In Grimm. Grüße. In den York zurück. Danke für sechs Monate. Du bekommst Strom in deine Gummizelle, Steckdosen und einen Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblingskalkgetränk befüllt. Dankeschön. Als Meister. Danke für den Follow. Das war der falsche Schrank. Die Frage ist, nehmen wir die Bahn mit oder gehen wir erstmal nur mit dem Krebs los? Wann komme ich mit dem Krebs hier wieder hoch, ist auch die Frage. Ein rein theoretisch ja. Hier Quarz sehe ich jetzt aber auf Anhieb auch nicht. Naja, komm. Wir holen erstmal hier so ein bisschen mit dem Gleiter. Das sind schon vier. Das sind schon vier Schränke. Das muss man ja mal so sehen, ne? Das sind ja... Ich brauche ja immer nur einen für den Schrank. Da muss ich eigentlich gar nicht mit dem Krebs los. Das ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Wie lange geht dieser Song eigentlich noch? Ich hatte den auf Wiederholung gestellt, versehentlich. Ich wollte eigentlich, dass er alle möglichen Songs abspielt. Um Leid. Das war nicht meine Absicht. Das dürfte dann nicht mehr passieren. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig eingestellt, dass er Random Leader abspielt. Ich bin jetzt so weit unten. Ich hoffe, dass wir ihn auswendig zoomen können. Das kann ich jetzt schon. Das ist der Verhältnis von Wandmaterial zu Volumen. Das ist tatsächlich richtig. Das hat sich einfach durchgesetzt. Hat sich das in der Evolution... Die Farbe ist super. So. Reicht auch erstmal, oder? Damit sollten wir einige Schränke hinbekommen. Das ist der Vorteil, dass man nur eins braucht. Deut. Sorry. So, warte mal. Ich packe das hier mal kurz raus. Ich soll, ganz ehrlich, ich ziehe jetzt auch mal den Distilleanzug aus, damit das aufhört, mir das Inventar voll zu ballern mit meiner eigenen Pipi. Das ist total nervig. Wenn man baut, ist das ätzend. So. Du stresst, danke für den Follower. Mein Nimi, danke auch für deinen Follower. Sitze, die ohne Kontext schwierig sind. Verstehe ich jetzt nicht, wieso. Jetzt, dass ich hier noch durchkomme. Und das ist der wichtige Part. Hä? Was ist denn jetzt das Follower? Hä? Hä? I don't get it. Wieso geht denn der hier nicht hin? Was ist denn hier? Ähm. Why? Why? Was ist denn das hier jetzt? Das ist uncool. Das ist halt echt scheiße jetzt, ne? War ich ja Neuladen? Denkst du, dass es das behebt? Das würde mich aber jetzt hart wundern. Das würde mich wirklich wundern. Aber ich versuch's. Wir haben eine Grenze gezogen. Basti hat ein ähnliches Problem. Einem Ort konnte er keinen Frank setzen. Aber hoffentlich geht's, ey. Der Stress, ja, das ist das Schöne. Und man weiß eigentlich, es gibt andere Leute, die genauso drauf sind. So. Die Jutbox ist jetzt aus. Der Fug. Nee. Hier ist... Irgendwas ist hier, an dieser Stelle. Hat's leider nicht behoben. Das war das erste Mal hier. Das war tatsächlich der erste Satz, den ich gehört habe. Ohne Kontext wirkt der sehr, sehr schwierig. Das ist richtig belastend. Das ist jetzt richtig ätzend, ne? Falte im Teppich. Teppich. Und eine Wasserader. Was? Runter oder drüber? Nee. Da ist frisch gewischt. Das würde es sein. Hier ist wirklich... Irgendwas ist hier. Selbst wenn ich das wegmache. Das ist scheiße. Hier vor geht's dann. Aber da... ist irgendwas. Scheiße. Problem ist, wenn es noch mehr so Stellen gibt. Hier geht's, witzigerweise. Komplett. Aber... Irgendwas ist hier. Hier ist auch irgendwas. Hier so. Warte. Ich hab eine Idee. Kann das sein? Es wäre aber merkwürdig, wenn es hier wäre, ehrlich gesagt. Also, hier sind ja diese Dinger, ne? Und überall an diesen Dingern kann man Leitern nach unten und oben machen. Dass die das deswegen schützen? Vielleicht schützen die einfach diese... Nee, aber hier kann ich ja auch drauf bauen. Aber hier ist auch so ein Ding, ne? Hier ist auch so eine Stelle. Hier. Boah, das ist natürlich kacke, ne? Wenn ich jetzt überall solche Stellen habe, ist das richtig scheiße. An die Decke, da ist nix. Hier ist nix. Was soll denn hier sein? Ich kenne nachher aus wie ein Flickenteppich. Ja, das ist halt super scheiße. Hier sind immer... Also immer wieder diese Stellen, ne? Da wieder. Dann müsste... Hier müsste genau so eine Stelle sein. Genau. Hier, ne? Hier ist auch wieder so eine Stelle. Hier auch. Hier auch. Das ist überall hier. Überall an diesen Quadern. Ach, fuck it. Ne, Platz, Alter, für die Durchgänge. Ja, aber das ist ganz merkwürdig gemacht, weil auf die Durchgänge kann ich bauen. Na, wie bescheuert ist das denn? Das ist doch irgendwie total strange. Why? Hey, warum ist dann daneben irgend so ein komischer... Das ist strange. Da, wo die Wand war, war es nicht. Hier, doch, ist auch hier daneben. Hier. Ja, ist auch so ein Ding. Hier ist auch so eine Stelle. Hier sind immer wieder solche Stellen. Ne, es kommt halt immer darauf an, wie ich gerade den Schrank halte. Es ist halt schwierig. Vielleicht nur Wandschränke und Mittelwände auch mit Wandschränken bauen. Ja, wir müssen es auf jeden Fall anders machen als geplant. Was mich ein bisschen ankotzt, aber... Ja gut, dann bauen wir das ganze Ding anders. Dann bauen wir mit Spinden. Das Schöne an Spinden ist, ich kann sie benennen. Das ist eigentlich ganz schön. Wir bauen mit Spinden und machen jeweils noch ein Dings in der... Kriege ich das wenigstens hin? Also angenommen, wir würden jetzt da Spinde hinmachen, ja? Kriege ich dann wenigstens ein Mittelding hin? Also hier so wäre zum einen und dann die Gegenseite dazu. Ja, scheiße, hier ist schon wieder Kacke. Ach, ist das belastend. Nein, in die Spinde passt nicht dieselbe Menge. Das ist aber eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich mache jetzt hier erstmal... Wir machen hier mal Spinde hin. Das ist schon irgendwie geil. Aber Hauptsache, ich kann den scheiß Spind über die Wand rausbauen, oder was? Roten Stellen Trennwände setzen. Nein, nein, nein. Ich kann hier in der Mitte keine Trennwände setzen. Trennwände gehen nur hier so hin. Trennwände... Raumtrenner gehen nur hier so. Also auf die Außenbereiche der Quader quasi. Da gehen Trennwände hin. Und das hier ist halt auch was für Menschen, die irgendwie... ...so gute Augen haben. Ja, komm, das ist fein. Ah, setz mal hin. Vielleicht sind die roten Stellen dann weg. Der Gedanke ist nicht schlecht. Nö, nö. Nö, ist immer noch hier. Da, immer noch da. Aber man könnte natürlich... ...er gefällt mir trotzdem. Da kann man noch Spinde dran machen. Oder? Das ist doch eigentlich auch ganz geil. Besser eigentlich? Da kann man ja zusätzlich noch Spinde dann dran ballern. Wieso geht eigentlich... Hä? Hä? Ah, okay. Ja, geil! Ja, doch. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Da haben wir immer so... ...so boxen quasi. Das ist doch nicht schlecht. Why not? Das ist doch nicht verkehrt. Da haben wir hier... ...hier eben noch ein bisschen was gewonnen. Raumtechnisch. Können da noch zwei, drei... ...vier... ...drei Spinde hin machen. Kleine Räume. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ne, quer will ich definitiv keine Trennwand. Also zumindest nicht hier vorne, weil das ist doof, wenn du hier reinkommst, ne? Also das will ich nicht. Ich will diesen Blick haben. Der ist gut. Der Blick ist super hier drauf. Genauso will ich das haben. Ja, dann machen wir das so. Das ist schon okay. Okay. Wir gehen in der Ecke. Nö. Freih mich nicht an. Was ist mit dir? Ich will ja dort an der... Ich wollte an der Geraden da anfangen, ne? Mir war es wichtig, dass die... ...dass das gerade da... ...also vor allem oben und unten und so ausgerichtet. Ähm... Das ist schon okay. Ich weiß, dass ich dann in die Ecke nicht noch einen hinkriege jetzt. Das ist schon okay, denke ich. Echt jetzt? Tatsächlich. Toll, jetzt habe ich Quarz gesammelt. Für Schränke. Das ist doch scheiße. Okay. Cool. Pass da noch einer hin? Natürlich nicht. Das ist aber okay. Wir können ja dann hier ausnutzen, den Platz. Und komplett über die Länge gehen. Ungefähr, ne? Ja, doch. Das kommt schon ungefähr hin. Ich meine, das ist zumindest bedeutend leichter zu bauen, ne? Hier muss man nur ein bisschen drauf achten, dass es von der Höhe her ungefähr gleich ist. Ganz, ganz, kriegt man es eh nicht hin, weil der Charakter atmet. Die Sau. Das ist so ein Grundproblem. Das verstehe ich sowieso nicht. Dieses Rumgeatmung ständig. Macht ihr sowas auch? Ihr macht doch sowas nicht, oder? Ihr nicht. Da bin ich mir sicher. Ihr macht das nicht. Wie ungefähr ist das? Auch eine Maßeinheit? Klar. Sag mal. Hatten wir das nicht gerade? Ne, ne? Ich mach mal das zufällig wieder raus. Ich glaub, das ist uns blöd. Hat man nur produziert heiße Luft? Es ist schlimm. Mausempfindlichkeit mal nicht so hoch haben. Gibt's noch nicht so viele Lieder in der Playlist? Ja, ich hab noch nicht so viele gefunden. Ich glaub, sieben oder so. So viele hab ich noch nicht. Nein, das geht so nicht. Wie sieht denn das aus? Ich will diesen freien Blick haben. Lol. Was denn, Texoran? Ich glaub, das wird super. Ich glaub, das wird eigentlich höchstwahrscheinlich sogar noch besser als mit den Schränken. Eigentlich ist das gar nicht so scheiße. Ein Grid wär's halt, ne? Also jetzt wär so ein Snap-Ding oder so. Keine Ahnung. Und das in der Höhe hier. Oh, da passt echt noch einer hin. Woo! Hatte ich gar nicht erwartet. Das ist ziemlich gut, oder? Der Letzte ist vielleicht ein Stück nach unten gerutscht, ne? Oder? Fäuscht das? Etwas, ja, ne? Weil ich es seitlich gemacht habe. Fehler. Das ist geil. Täuscht. Täuscht. So. Ähm. Ja, keine Ahnung. Wir machen das erst mal so, ne? Das wird dann eh wieder umgeräumt. Das wird sowieso nix. Sag ich eh. Also das reicht am Platz sowieso nicht. Wir räumen das dann später um. Aber ich will ja jetzt nicht, äh, nicht stundenlang auf einen Schlag bauen. Ähm. Nichts? Rubin habe ich schon. Hier. Habe ich schon. Ja, habe ich auch. Magnetät, Silber. Gold, Blei. Ja, Gold bräuchte ich auch noch. Machen wir dann hier an die Wand. Ja, das wird super. Das wird super. Das wird richtig gut. Die Beschriftung spinnt wäre am Ende wohl genauer. Magic, danke für den Follow. Ja, das wird toll. Ich bin jetzt mega positiv gestimmt. Das wird klasse. Hund, was tust du? Ach, das ist nicht der Hund. So. Ach, ist der Mann hier? Ah, es ist noch nicht so spät. Schuhe? Ich habe nicht so viele Schuhe. Ich bin, ich bin keine Schuhfrau. Ich bin irgendwie nicht so der Schuhmensch. Ich habe aktuell ein paar kaputte, halbhohe Sneaker. Und weil ich aktuell keine halbhohen bekomme, weil ja der Winter vorbei ist, bleibt es auch erstmal bei den kaputten. Und ich habe Vans. Schwarze. Die ziehe ich momentan als Ersatz an, wenn es nicht regnet. Wenn es regnet, ziehe ich die kaputten Halbhohen Sneaker an. Super, oder? That's me. So funktioniert es. Wenn es regnet. Ja, weil die Vans nur aus Stoff sind. Setz eher nur den Plueprint, wenn du kein Material hast. Ja, mach da. Darunter könnte man Grünzeug machen. Ja, ja, irgendwie sowas, was Kleines, ne? Beste Idee, durchdacht bis ins Detail. Ah, zwei große Schränke in der Mitte noch was. Ne, ich glaube, das nimmt dann den Blick. So siehst du auf einen Blick, wo was ist, ne? Was in den Sprinten ist. Wenn du dann hier Schränke hinbaust, hast du diesen Rundumblick nicht mehr. Glaube ich. Schuhe sind auch kaputt, ich kriege keine neuen. Einkaufen nur mit, äh, im Spaß. Kann man nicht auch mit einem Test einkaufen, dachte ich inzwischen. Aber, weiß ich nicht, keine Ahnung. Meine letzten, ich hatte die Hypo und Sneaker, die hätte ich auch online bestellt. Ich hätte die halt sofort nochmal bestellt, aber die gibt's nicht. Nicht mehr. Ist voll doof. Würde ich sagen, du brauchst noch einen zweiten Stock. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hier ist noch genug Platz. Das glaube ich nicht. Das wird reichen. Blueprint, das obere Brett, so wie in der grünen Vorlage. Das würde sich ja super zum Ausrichten eignen, sieht man im Blueprint. Obere Brett. Das obere Brett? Was für ein Brett? Links in die Ecke muss noch ein Schrank. Da? Da passt kein Schrank mehr hin. Da passt kein Schrank hin, weil der hier, der ist ganz nach links geschoben. Das geht nicht. Da hätte ich das anders machen müssen. Da hätte ich wirklich von der Ecke aus. Aber ich wollte das hier an dem Ding ausrichten. An dem hier. Was total schwachsinnig ist eigentlich, weil die ja immer gerade sind. Ist egal. Moin, Stevie. Ist egal. Das ist nur einmal pro Woche, sonst musst du da auch lünen. Sie wollte nicht auf mich hören. Es ist super so. Das reicht erst mal. Gold. Blei. Fällt uns noch ein. Ja, das Pflanzenzeug. Da mache ich extra Kisten. Das bleibt Diamant. Fällt euch noch was ein? Lithium habe ich schon. Habe ich das falsch geschrieben? Ne, ich habe Lithium noch nicht. Oh, sehr gut. Danke. Lithium. Nickel. Stimmt, kommt dann auch noch. Aber davon haben wir noch nicht so viel. In der Spaß und Trigger-Exit sind die dann kreuz und quer. Drei allein für Pflanzen. Das kommt woanders hin. Atlas. Die Pflanzen-Geschichte mache ich wirklich drüben im Bioskop dann. Also im... In unserem Garten. Das mache ich getrennt. Dauerstoff, lol. Das mache ich getrennt. Das mache ich nicht hierhin. Mit Luke zu außen beten? Eventuell, ja. Das wäre vielleicht keine schlichte Idee. Da könnte man noch ein paar Schlingpflanzen und sowas anbringen. Mal gucken, vielleicht. Boah, ich freue mich so drauf, hier noch weiter auszubauen. Und uns fehlen ja auch noch super viele Sachen zum Bauen. Oh, das wird so... Oh. Nochmal, wie schön das jetzt auch... Das hat schon richtig was. Es ist natürlich noch sehr steril. Hier kommt noch ein bisschen, also Pflanze und so. Mal gucken, wie wir das machen. Aber das ist doch schon mega hübsch. Kann da noch irgendwas hin, sag mal? Irgendwas, was wir hier brauchen? Die Gegenstände in ihrer Bestandteile. Das wäre doch auch mal eine Idee. Einfach um ihn gebaut zu haben. Alter, ist der groß. Achso. Wollte ich dann sagen, was? Was ist mit dir? Aber er ist doch nicht so groß. So, jetzt fahre ich noch eine Titan-Bahn. Wollen wir ihn ja schnell bauen. Das wird so toll. Heute, als ich etwas gefunden habe, durfte ich mich endlich mit den Eiern beschäftigen. Wuhu. Das Hybrid-Technologie allows for the recycling of natural resource components. Without trancing and sorting them into bins first. Wie finde ich die Spinde besser als die Schränke? Ja, ich muss zugeben, ich finde das, glaube ich, auch besser. Als, ne? Das hier wäre natürlich, also das vom Platz her, vom reinen Platz her, ja? Von dem, was du in den Schränken und so platztechnisch hättest looten können, wäre das hier besser gewesen. Aber optisch finde ich das hier auch schöner. Also optisch ist das viel schöner. Definitiv. Definitiv. So, jetzt können wir das hier erstmal wieder abreißen. Und übersichtlicher. Ja, weil man es benennen kann. Das ist halt auch so ein Punkt, ne? Man kann es benennen, das macht es halt echt leichter. Eigentlich, wenn wir hier sind. Schild drüber anbringen. Ja, ja, genau. Also, ne, mit Schildern kann man das machen, dann muss man sie aber eher an die Wände machen, ne? Sonst wird es schwierig. Außer du machst wirklich immer eine Reihe pro, äh, pro Ding, ne? Dann pinnst du halt ein, ein Schild dran. Das geht, ja. Das hätte ich tatsächlich auch noch gemacht dann. Aber hat sich ja jetzt ehrlich. Vergisst du dann nachher? Ja, das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nicht, dass ich das vergesse wieder anzumachen. So. Seek fluent intake immediately. Roberto Blanco, vielen lieben Dank für die Bits. Dankeschön. Schilder an die Schränke anbringen kann. Äh, kann man ja, oder? Ich glaube. Magnetit. Ich glaube, es geht auch an die Schränke. Oder? 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 Vielleicht auch nicht, ich bin mir unsicher. Also, es geht auf jeden Fall an Wände, ne? Ist klar. Ich weiß es nicht genau. Roberto, du verdurstest. Ist täuscht. Der Shakes. Vielen, vielen lieben Dank für die Raids. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr schönen Menschen. Hallo. Schick leider nicht an den Schrank, ja. Vital Sign Stabilizing. So. Das ist doch schon mal was hier. Die habe ich jetzt auch leer, ne? Dann können wir die wegmachen. Hallöchen, Ramfox. Hallo, Mr. McMaster. Hallo, Mordrail. Hallöchen, ihr. Habt ihr auch, äh, habt ihr auch Subnautica gespielt? Wir sind hier gerade ein bisschen am Base ausbauen. Es wurde mal Zeit. Ich hatte keinen Platz mehr. Auch rumgeblubbert. Sehr schön. Heize Jonas. Hallo, Gammel-Opa. Hallo, Rusty Gauntlet. Basissterben ist ja ohne Folgen, ja. Happy Melon-Wolf. Hallöchen, servus. Herzlich willkommen, ihr. Vielen lieben Dank. Anfi und Jörg, danke für die Folos. Dankeschön. So, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ähm. Können wir hier oben, glaube ich, noch aussortieren, ne? Also hier vorne. Oh, für Salz habe ich auch noch nichts. Volt, Schwebfel habe ich auch noch nichts. Lithium habe ich. Habe ich noch nicht. Das da rein. Gold, 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 Gold. Da. Silber. Ja. Ja. Hier. Hier rein. Lithium. Da drüben. Super. Das wird top. Bisschen Verbindungsröhre aus Glas. Ja. Habe ich. Ähm. Hm. Hallo, Skater. Schönen guten Abend. So. Okay, cool. Das war erstmal das. Ich glaube... Ne, hier ist noch. Okay. Ne, ne, meine weiße Rapture. Oh. Das ist gut. Okay. Das ist total spannend, ich weiß. Ich finde das grad mega spannend. Ihr seid so gespannt. Es ist der Wahnsinn. Ich kann das richtig spüren. Die Seiten schon mit Verstärkung voll sind. In den normalen kannst du oben auch ein kleines Fenster setzen. Ja. So, für Salz hab ich noch nix. Sal. Das passt nie in die Spinde alles. Zu viel. Drei. Silber ist schon voll. War zu erwarten. Ich kann vor Aufregung kommen hinschauen, aber ich muss. Träume und Hoffnungen. Ich hab ein bisschen Probleme gehabt. Als du das gemacht hast, hab ich noch ein paar andere Streams. Liefen alle mit voller Auflösung. Heute ist alles in Ordnung bei dem Stream. Ich weiß es auch nicht, Barney. Ich hab keine Ahnung. Ich hab im Twitch-Inspektor nachgeguckt. Es war nichts. Also von meiner Seite aus nichts. Es kann aber natürlich sein, dass die anderen Streams, die du durchgetestet hast, alle nicht über Berlin gestreamt haben. Es kommt ja drauf an, über welchen Server der Streamer streamt. Also welchen Twitch-Server. Und ich stehe momentan auf Berlin. Ne? Und wenn der zu irgendeinem Anbieter oder so Probleme hat, dann kann das sein. Schrankaufbau rechts nochmal spiegeln. Ja, ja, müssen wir eh. Also hier kommt das genauso nochmal hin. Ja? Also es kommt sowieso. Oh, und zu ordnen ist also voll mein Ding, nur weiter so. 13 Schränke, 4 Spinnen in meiner Basis. Sie ist so hübsch. Hm. Lange dauern würde ich ja vorschlagen, dass du mir ein Inventarweg spart. Na was nu? Bitte. Supermann. Mein Lieber, vielen, vielen, vielen Dank für den Restart. Dankeschön für 29 Monate. Die Gardine und der Fensterrahmen werden bei dir geliefert. Dankeschön. Stimmt noch ein Titanspender in die Wendt. Da passt keiner mehr hin. Da passt keiner hin. Da hätte ich das hier anders machen müssen. Hätte ich von der Ecke ausbauen müssen. Habe ich nicht gemacht. Batterie spinnt neben die Ladestation. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Feierabend. Unterwasserraube. Was will man mehr? Feierabend! Ähm. Pass mal auf. Ihr fangst schon mal an. Ich komme. Danke. Ähm. Oh. 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 Ja, ist okay. Ja, ist gut, das ist okay. Das Spiel Beyond Blue, das ist zusammen mit BBC und OceanX entwickelt worden. Da geht es auch um die Erforschung des Ozehens. Wunderschön, wäre vielleicht auch was für den Stream. Klump, pack mir das gerne in die Spielvorschläge. Hallo Haki im Discord. Viel Spaß im Lörk, ja Lea. Und gute Nacht dann. Jetzt verstehe ich das mit dem Brett vorhin. Wegen der Höhe vermutlich, ja. Aber selbst dann, da musst du ja... Also... Wenn ich jetzt hier... Ist da das Einzelwandregal gemeint? Ja, ne? So, aber... Dass man dann quasi das daran ausrichtet, von der Höhe her. Ich meine, dumm ist das nicht, ne? Blöde ist das nicht. Blöde ist das nicht. Abzu ist auch ganz toll. Ja, Abzu habe ich auch nicht gespielt. Habe ich gesehen. Das habe ich mir angeguckt. Habe ich mir das LP von Gronkh angeguckt. Habe aber auch schon wieder ganz so viel vergessen. Das Schöne an meinem Hirn. Ich vergesse Dinge. Das ist eigentlich immer wieder praktisch. Wie ein Blu, war das nicht das mit dem Wal-Baby? Ein Wal-Baby? Hoch. Schrank nicht fertig baust, sieht man da drin. Im Blauen ein Brett. Das sah ziemlich gerade aus. Wenn ich den nicht fertig baue... Warte, 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 warte. Was? Oben. Ah! Und dann an dem ausrichten. Ja, aber das... Guck mal, wie scheiße man das sieht. Das Grün. Das ist das, was ich sage, ne? Das ist einfach für blinde Menschen... Ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob das damit besser wird. Aber ja, kann man... Ja, der Gedanke ist nicht... Also der Gedanke ist schon nicht schlecht. Bestimmt. Das könnte gar nicht mal so schlecht funktionieren. Das ist richtig. McElroy. Ja. Gute Idee. So. Da würde ich hier vielleicht das Silber rausnehmen. Darüber schaffen. Und hier macht man dann dafür... Salz? Salz rein. Das ist glaube ich. Jaja. Hoppen. Das wäre schon... Gute Idee. Hier ist einfach nicht wichtig. Tatsächlich nicht normal. Aber das will stеж 떨.. Der Gedanke ist in dem Kopf auf 1 Blu Schef. Ah, ah, ah. Och, Mann, Sati. Habe ich das nicht gemeint? Wenn man jetzt Rot-Grün-Schwäche hat, ist das echt Mist. Hi, Terry. Einen wunderschönen guten Abend. Viel Spaß im Lörk. Salzschrank ist noch Silber drin. Danke für den Hinweis. Bye, Cobret. Ich habe noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Okay. Dann könnte man hier ja eventuell noch, weiß ich nicht, das komische Uran, Uranit, ne, ist das. Glaube ich. Uraninit. Nicht ganz richtig. Uraninit. Achso, zerfetzt schon wieder irgendwas. Superstumpen. Dankeschön. Gucke ich mir mal an. Äh, Gott. Uraninit. Wichtig. So, damit ist der auch leer. Den hier machen wir auch leer. Holste ruft. Ich wünsche eine gute Nacht, Mr. Meat. Schlaf gut. Geh. Kein Salz. Jetzt hast du gesehen? Vorhin schon gemacht. Fand ich ultra lustig. Ultra witzig. Bitte, er ist so lustig. Also, der passt nicht in meine Metallgrade, ne? Eigentlich, die Druckschleusen schon? Nein. Können wir jetzt lachen? Ja, bitte! Aber, ne, eigentlich hättet ihr vorhin lachen müssen. Hat wieder niemand mitgekriegt. War so lustig. Situationskomik, nicht so euer Ding, hm? Hm. Jetzt Aperclass. Ja, das war genauso lustig. Okay, das ist irgendwie alles merkwürdig. So. Was hast du denn angestellt? Das ist jetzt nicht mehr lustig. Es ist weg. Wenn ich es jetzt erzähle, ist es nicht mehr lustig. Situationskomik. Das funktioniert im Nachgang nicht. So, eigentlich wäre ein Spind für so, ja doch, für Batterien und Ionenwürfel und so, wäre schon nicht schlecht, oder? Also, für alles, was mit Energie zu tun hat, wäre das, glaube ich, echt gut. Ja. Hi, Woody! Urani-Need. Ich kann da nichts dafür, dass es so heißt. Es heißt so Puffelbott. Rina Noura. Ein wunderschönen guten Abend. Einige Vorschläge, die da gefasst haben. So einigermaßen waren die Subnautica Teil in Stranity. Hm. Hm. Was war denn lustig? Nichts. Nichts war lustig. Gar nichts. W~~~ Was. W agora? W W W Hä? Wait, ach das war der Falsche. Ich muss noch laden. Das Lied? Äh, deep dive. Da kam nicht mal mehr was ganz kleines raus. Ich dachte da ist noch so ein kleiner Schluck drin, aber der will nicht. Hans Wurst, Strike Monster und Black Shadow, danke für die Fotos. Eigentlich bin ich für die Ionenwürfe gebraucht, okay. Scheiße stimmt, wo war das eigentlich zum abbauen? Wo war das bei dem Portal? Bei Delta? Ne nicht Delta, sondern Pi. Da waren doch hier zum abbauen mit dem Krebs. So, jetzt würde ich gern das... ... 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 We have no concept for what is just a plan, I will destroy you. Do not move, do not move. Geht so nicht. Oder krieg ich's hin oder ich krieg's halt nicht hin. Zu hoch, ne? Oder? Der innere Monk beim Baseball ist furchtbar. Ne, ist okay. Ist okay. Okay. Da fehlt ein N. Eineres Wort für Komponenten. Warte, was steht denn im, was steht denn hier? Achso, ja, ist, ja, Materialien. Bestandteile, Bauteile. Die auch nicht. Bauteile geht. Nehme Bauteile. Nehme Bauteile. Ja. Zeug ist, Dinger, Dinger. Die hat den eigentlich ausgemacht. Achso, ich hatte geladen. Die werden ja gespeichert und geladen vorhin. Äh. 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 Das ist wieder. Das ist wieder. Eierschalen-Sollbruchstellen vor Ursache. Das hätte bestimmt hingepasst, ja. Das ist schon ziemlich cool jetzt, ne? Also es geht jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's wirklich. Jetzt haben wir hier bald. Eigentlich bräuchte ich noch für die drei Sachen einen Spind. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Für Schwefel. Janit und Nickel. Dann kann ich nämlich die hier auch wegmachen. Hast du jetzt echt zwei Riesenräume für zwei Generatoren gebaut? Nein, hab ich nicht. Das hab ich nicht. In diesem Raum hier oben, deswegen hat er auch eine Glasdecke und Glaswände. In diesen Raum kommt unser Garten. Da ich aber leider bisher nur an Bauplänen nur die Pflanztöpfe habe. Nur die zwei hier. Sonst nichts. Ja. Ähm. Passiert hier noch nichts. So. Unter diesem wunderschönen Raum, wo bald ganz doll viele Pflanzen irgendwann wachsen. Ähm. Ist mein Reaktorraum. So. Hier sind aktuell zwei Bioreaktoren. Hier will ich ja dann noch, also ich gehe mal davon aus, da wir ja für Kernkraftwerke schon Zeug gefunden haben. Ja. Wird es noch Kernkraftwerke geben? Die Frage ist, passen die wie so einen Bioreaktor hier rein? Also ist das, ne? Wenn ja, dann kommen die hier rein. Ansonsten nicht. Dann weiß ich noch nicht, was ich hier unten dann noch so mache. Aber hauptsächlich ist das hier der Reaktor Energieversorgungsraum, wie auch immer. Ja. Und hier oben das, wie gesagt, wird halt Grünzeugs. Frage? Nö. Nö, nö. War keine Frage. Nö. Das werde ich sehen, wenn es soweit ist. Ob das da reinpasst oder nicht. Das ist jetzt noch nicht so dringend, ehrlich gesagt. So. Ich brauche noch zwei Titanen. Das können wir hier schon reintun. Und dann machen wir hier drüben noch ein paar Schränke. Ganz kurz. Flickst du nicht hin. Das geht ein wenig. Du musst ja wirklich ein bisschen, das geht nur nach Augenmaß. Funktioniert ein wenig. Achso, wie habe ich denn das da gemacht? Ja, ich habe von der Ecke aus dann angefangen. Eigentlich sind ja die gelben Dinger sind ja gleich, ne. Es sitzt eigentlich unter dem gelben. Ungefähr hier so. Echt nicht einfach, ne. Was denn jetzt schon wieder? War ich jetzt schon wieder irgendwo beim Umbinden? Eine Bank als Platzhalter oder so. Ja, es ist schwierig. Und dann müsste ich ja jetzt alles wieder umbauen. Ich habe ja jetzt nichts, was mir jetzt das angibt, ne. Also ja, man sollte, also ich würde jetzt als Tipp zum Bauen dafür, würde ich ernsthaft geben. Entweder man macht unten so Bänke, Schreibtische, irgendwas hin, dass es von unten begrenzt wird oder ein Labortisch oder was, ja. Oder halt man begrenzt oben mit so einem Einzelwandregal, ballert die hier komplett nebeneinander. Ja, so hier. Weil die sind deutlich leichter aneinander auszurichten. Naja. Vielleicht auch nicht. Äh, und, und da dran dann die, ähm, die Spinde, ja. So. Also ich glaube tatsächlich, dass das eventuell leichter ist. Eventuell. Da ist ne Bank eindeutiger. Ja, oder halt unten ne Bank. Da hast du den Vorteil, dass du auch nicht so mehren musst, sondern ne Bank steht halt auf dem Boden. Ja, also wenn man... Das Problem halt ist, da sind die relativ weit unten. Das finde ich halt jetzt nicht so schön. Vielleicht eher ein Labortisch. Von der, von der Höhe her würde ich dann vermutlich einen Labortisch bevorzugen. So, dann machst du hier so einen Labortisch hin. Verlass dir den da so ein bisschen hin. Und dann, äh, setzte darauf die Spinde. Ich, ich glaube das funktioniert sehr gut. Guck mal, wie gut das von der Höhe her geht. Das funktioniert wirklich sehr gut. Das ist eigentlich ganz schick. Ne? Ich glaube das so funktioniert jetzt ganz gut. Hallo der Teufel. Ne? Und nochmal von vorn. Nö. Das kann ich dann... Das kann ich dann... Das mach ich dann hier hinten. Das mach ich dann da hinten. Vergess es. Ich fang jetzt nicht nochmal an. So, warte mal. Was packen wir da rein? Nickel. Ich mach das wohl jetzt nochmal von vorne bei euch. Hack zu, oder was? Was ist denn mit euch? Aber sonst... Schwe... Fell. Hier ist das Zeug. Kühen. Hier ist das Zeug. Kühen. Ach. Alles gut. Oh. Kühenit. Ah. Gute Nacht, Maras. Echt weit bist du in dem Spiel allgemein? Ich glaube ich bin noch gar nicht so super weit tatsächlich. Also ich glaube ich kann mich nur eine ganze Weile beschäftigen. Was denn jetzt? Willst du mir sagen, dass der mittlere eventuell einen Tick zu hoch ist? Ich bin mir so unsicher, ne? Das ist so merkwürdig. Ach, das passt schon. Gute Nacht, Budera. Also ich habe schon eine ganze Weile gespielt, ja. Das durchaus. Aber ich glaube ich habe noch sehr viel vor mir. Da fehlt links eine Trennwand. Hä? Na, die kommt ja dann noch. Die? Die ist ja jetzt nicht das Problem. Hi Fahrradkonferenz. So. Okay, das ist schon mal ziemlich cool jetzt. Jetzt haben wir echt eine gute, eine gute Grundlagensortierung. Das finde ich top. Okay. Warum ist da eigentlich noch was? Das ist nicht. Das ist nicht. Ich muss mal ganz kurz hier durchgehen. Nach dem Entdecken den Hinweis vom Spiel bekommen. bei Schrank 18, das seht ihr doch. Die ist bei Schrank 18. So. Klarscheibern, zwei Kabelsatz, zwei immer jedes Glas. Und wieder schnell wiederholt. Was ist jetzt lachs anymore? Was ist die, Schrank 18, die Start und die Start-ups? Was ist die, Schrank 19, die Start-ups. Was ist das? Und mit dem Denkmalen? Ich glaube ich habe alles, ich hoffe es zumindest, offensichtlich nicht, ach die Diamanten, nicht vergessen. Dann bauen wir Boris für Ingeborg, how long to beat braucht man für das Spiel 30 Stunden. Raupe lacht über diese Zeitangabe, echt eh so ein Schwachsinn. Eine neue Maus bekommen in den Karton, hätten mindestens sechs Stück reingepasst. Wahrscheinlich war er so groß, damit die kleine Tüte Gummibärchen auch reinpasst. Vermutlich, ja. Die war wichtig. Die war wichtig. Hallo Mittenmagen. So, das ist das Aquarium, das Abtei. Auf das freue ich mich schon sehr dolle. Das Schlafabteil hätte ich glaube ich auch gerne. Fasergewebe zweimal und Blei. Achso, und nochmal ein Klarstahlbarn. Fasergewebe brauche ich aber zweimal. Fasergewebe ist aus, aus der Schlingenpflanze, aus der normalen, ne? Fasergewebe. Nassau, drei, vier, fünf. Beihilzium. Und. Ach verdammt. Echt jetzt? Keine da? Holen wir kurz. Ich brauche zwei pro Fasergewebe. Eine neue Flaschraube. Fahrradkonferenz. Vielen, vielen Dank für den Sub. Herzlich willkommen bei den Flaschrauben. Machst du bitte gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen und trage schießen, dass es Handtuch zu verteidigen wird. Dankeschön. Ein Stück zum Sightseeing und einer zum Arbeiten. Ja, das verstehe ich. Jetzt wird er dann auch echt groß. So, singen. Welcome aboard, Captain. Dankeschön. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Hans Udo, vielen lieben Dank für den Forderung. So, noch drei Blei. Achso, den Plaschraubern müssen wir noch bauen. Und dann brauchen wir noch drei Blei. Und dann können wir die zwei Abteile noch andocken. Blei. Oh, wir müssen mal wieder Blei besorgen, ne? Weeeee. Ich brauche mehr solcher Pflanzen. Also zumindest, wenn wir lange zu Hause sind, ist das schon ein bisschen... So. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Das wird super. Das wird richtig super. Achso, den kann ich hinten nicht rankoppeln. Dann muss ich erst mal den Krebs wegmachen. Weil der Krebs ist ein End... ein Endstück. Das Krebsabteil ist ein Endstück. Das muss weg. Das muss weg. Und dann... kann das Aquariumabteil dahin. Zack. Jetzt machen wir noch das Schlafabteil. So. Und dann kann... äh... das Krebsding wieder dran. Die Boje an der Base brauchst du dann nicht mehr, oder? Wieso nicht? Warum soll ich ihn nie nicht mehr brauchen? Ah, weil wir das Kontrollzentrum haben. Stimmt. Ja, hast du recht. Stimmt. Wir haben den Kommandoraum. Ja, brauche ich nicht mehr. Hast du recht. Mach ich gleich weg. Oder Hinweis. Ja, 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 ja. Ihr Lieb hier. Freundchen. So. Oh, hier kann weg das. Können wir einsammeln. Da muss ich bloß... ähm... wo ist es da? Grün. Ähm... Achso, genau. Und jetzt das wieder dran. Das hier kann jetzt weg. Oh, wie cool das hat er. Das ist so nice. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich meine, der ist leer. Aber... Ich hab hier noch nicht aufgeräumt, ne? Alter, wie cool. Was... Was denn das Geiles? Guck mal, man kann hier nach unten gucken, wie... Okay, das ist super cool. Okay, das ist super cool. Open here. Ah, hallo Kannibalen-Kartoffel. Der ist jetzt bestimmt recht lahm. Höchstwahrscheinlich. Ich kann mal schwimmen, aber mit dem Tauchen hatte ich es noch nie so. Ja. Irgendwie fühle ich, wie ich es bauen könnte. Nein, nicht umnennen. Scheiße, für die Dinger hab ich ja noch gar keine Kiste vorgesehen. Ach, naja, es wird schon... Ach ja. Da ist da auch immer Musik dabei. Echt? Ich hab gar nicht geguckt. Gucken wir gleich. Ist hier noch ein Blasenfisch drin? Manche Dinge... Manche Dinge... Manche Dinge... Manche Dinge... Manche Dinge. Das sind nur Übergangsschränke, die müssen nicht ordentlich sein. Muss ich Angst vor dir haben? Word-Potato direkt im Panik-Modus. Schlafen. Wie cool! Okay, das ist super. Bild festlegen. Bild festlegen. Wie kann ich es denn jetzt festlegen? Hä? Verstehe ich nicht. Hochladen. Okay, das ist cool. Und hier kann ich schlafen. Oh, wie gut einfach. Das ist so cool. Und hier kann ich es auch trennen. Okay. Äh. Haben wir. Nichts? Bildern kannst du sogar abspielen lassen. Echt? Ähm, raus. Kein Leviathan traut sich mehr nicht ran. Das wär's. Das wär sehr schön. Das glaub ich allerdings nicht. So. Und ein Button. Den guck ich gleich nochmal. Den wieder anziehen. Anziehen. Okay. In der Basis aus. Fein so, ne? Interessant. Da muss man das dann immer unter... Also, ne? Immer an, aus, an, aus. Äh. So, ich nehme einen Ionenwürfel mit. Ich hoffe, das genügt unterwegs. Äh, zwei Batterien auf jeden Fall. Die hier kommt hier wieder rein. Genau, obwohl hier ist nicht schlecht, wenn man da mal eine dabei hat. So, das Ding ist irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Vergessen. Das ärgert mich so doll. Irgendwo konnte man mit dem Krebs Ionenwürfel abbauen. Und ich weiß partout nicht mehr, wo das war. Hat das vorhin schon recht? Hatte ich recht? Okay, na dann. Dann weiß ich, wo wir hin müssen. Wenn ich recht hatte, weiß ich, wo wir hin müssen. Total, oder? Dann. Ab geht's. Das ist cool. Ja, das geht noch, oder? Ich hab zwei volle im Zweifel dabei. Das geht schon. Äh. Danke. Rein da. Alter, was ein Teil. Das war so krass. Ah. Gott, sind wir langsam. Das ist ja unglaublich. Scheiße, das ist ja real langsam. Also, wenn da ein Leviathan kommt, ne, hast du halt voll verkackt. Ich muss mal die Musik leiser machen. Wie ist die Musik so laut? Darum die X-Taste. Die X-Taste? Ach, koppelt man mit X komplett ab, oder was? Ich find mich trotzdem ultra cool, ne? Gott, sind wir cool. Wir sind langsam, aber ultra cool. Oh. 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 Ich häng an irgendwas. Au. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist quer. Warte mal ganz kurz. Ich brauch mal den Anleger. Landeplatz. Gib mir den mal ganz kurz. Da ist das. Ja, doch, die Richtung stimmt schon. Und es ist nur so verwirrend, weil wir so unglaublich langsam sind. Damit der Wehfinger nicht schmerzt. Ach so. Ja, aber. Ah. Ja. Ja, das ergibt Sinn. Aber du hast ja trotzdem verkackt, wenn Leviathan kommt, ne? Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Aber du hast ja trotzdem ejemplo Einige. nur noch ins Gartenabteil gäbe das wäre auch geil gucken wir mal dahinter da scheint ja noch irgendwas zu sein oh, das ist aber ein Land, oder? oh, ich habe den Wärmeanzug nicht mitgenommen das ist schlecht das geht schon hab ich mich gerade eingepullt? ja, ne? ja, ne? mit diesem Artefact ich bin wieder able die Imprinthe von meinen Menschen sie haben für ein Zeitpunkt aber dann ihre Präsenz wird feint Energie-Generator-Scans zeigen, dass diese Anordnung fremder Geräte dazu dient, Energie im Megajoule-Bereich anzusammeln und schnell freizusetzen sie wird durch im Inneren gelagerte Ionenwürfe gespeist diese Superkondensatoren können verwendet werden, um kurze Spannungsspitzen in den Leitungen zu glätten, die verschiedene Erbauer-Standorte verbinden Alter, krass krass ja, nice ja, läuft schieb schieb mal einfach so hier, oder wat? cool okay 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 den nehmen wir wieder mit cool, 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 cool sehr gut ist jetzt weg, ne? also hat er das Signal jetzt automatisch abgeschalten? es ist doch Z13 hier, oder? oder nicht? Glanz mitnehmen? habe ich das schon hier im Inventar wieder, alles gut Robo-Anzug da rein, Generatoren aufbohren, Würfel klauen, ich glaube das funktioniert nicht ich muss sowieso gucken, wie ich wieder an meinen Robo komme habe ich mir auch nicht so recht überlegt überhaupt nicht komme ich da komme ich ja hoch da so, wir müssen aber mit dem Krebs machen wir denn das jetzt? am besten koppeln wir den nochmal an wir koppeln den nochmal an das ist die Sehbahn da so äh lol ah warum du kommst von da locker auf die Brücke ja, aber da muss ich ja hinten also da muss ich ja oben lang ich wollte eigentlich nicht oben lang eigentlich wollte ich nicht oben lang ich wollte den Unterwassereingang nehmen nicht gut ich meine die Frage ist, komme ich damit mit dem Krebs durch? das Symbol bei Erreichen selber aus aber es ist nicht aus also es war ein anderes, es kann natürlich sein aber ich dachte es wäre das hier das ist ein anderes hä? ne doch, das ist das, das schaltet der nicht automatisch aus, das ist das das ist das das können wir ausmachen jetzt sooo eben, die gehen nicht automatisch aus, ne das werden wir jetzt auch noch äh ja, was angestellt, find's toll weißt du, dass ich da so lustige Gespräche entwickle, mach da natürlich auch so gerne mit äh du so lange erscheint mir schneller, aber da muss ich an dem bösen Vieh vorbei fällt mir immer weg, wenn man nah dran ist, ja aber da ist ein böse Vieh die neust die neust Piep, 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 piep Oh, 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 oh Piep, 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 piep Kann ich schon drehen? Wow, wow, hi Ach, der zeigt mir an, welches Lied spielt. Das sieht man aber sehr gut. Ist ja Gott sei Dank überhaupt nicht hell, ne? Gab's mal eine Rückfahrcam? Ja, die wäre echt nicht schlecht. Also jetzt mal ehrlich. Ich würde die feiern. Guck mal! Hallo, ne? Hallo! Ihhh. Da ist so ein böser Fisch drin. Alter, ich werde dich so hart grillen, mein Freund. Irgendwann, wenn ich Hunger habe. Äh. Achso, eigentlich können wir eher die Feuer-Dings eher hier reinpappen. Wobei es eigentlich auch schwarz sind. Ach naja, was soll's? Ähm. Kurz schlafen. Oh, ist das super. Rückfahrcam haben sie wegen Performance-Problemen entfernt. Oh, okay. Dafür hat es sich nicht ausgesucht, er zu sein. Na, was ist denn nun? Sein Wankernraupen schwimmen? Tja. Wir können vieles. Cookie Monster. Cookie Monster, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für vier Monate im Kokon. Der Elektriker kommt bei dir vorbei, wird ein Lichtschalter installieren und du darfst der Pantoffeln aus dem Textil deiner Wahl mit Indigo mitzern nehmen, damit die Füßen nicht mehr frieren müssen. Gara B. McMountain. Danke für den Follower. Ein Stückchen weiter kommt man da besser hoch. Auch eine Eisrampe, die ins Wasser geht. Meiner Bahn draufgefahren, besteht dann nicht die Chance, dass der Krebs ganz absinkt. Das glaub ich nicht. Eigentlich machen wir da gar nicht so die Sorgen. Eigentlich geht das mit dem Krebs ganz gut. Eisgarten. Nö, das geht eigentlich. Ich finde, das geht mit dem Krebs ganz gut. Ich meine, ja, der erste Moment ist so ein kleiner Schockmoment, aber... Das geht. So. Der Schub ist da vollkommen ausreichend. Zu viel! Zu viel Schub! Was passiert? Alter. Junge. Okay, ein Land ist der Schub halt noch viel krasser. Oh, 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 oh. So. Aber warte mal. Nee, ist er doch nicht. Jetzt komme ich ja überhaupt nicht hoch. Okay, ein Land ist der Schub faktisch nicht existent. Das ist interessant. Das ist interessant. Also, ich glaube nicht. Was? Was hat er? Wie? Hier? Was? Auf der anderen Seite. Ah. Okay. Da hat er recht. Gaira! Vielen, vielen lieben Dank auch für den Sub. Herzlich willkommen bei dem Flaschraub. Machst du bitte in deiner eigenen privaten Gummizelle ganz doll gemütlich. Verspaß in den Gemeinschaftsraum und trage stets ein Handtuch zur Verteidigung bei dir. Dankeschön. Fühlt multipliziert er sich ein wenig, wenn man Dauer hüpft. Irgendwie fühlt es sich ein bisschen merkwürdig an. Also ich glaube, da ist der Schneefuchs tatsächlich besser geeignet. So für hier, also für Landerkundung. Nordosten. Wie soll ich denn in den Nordosten kommen? Können wir hier weiterlaufen? Ja, das ist ja aber Nordwest. Ja. Also ich glaube, da ist der Schneefuchs-Germatt-Germatt-Germatt-Germatt. Und dannENS-Germatt-Germatt-Germatt-Germatt. Erbauerverkabelung Es wurde entdeckt, dass diese verdichteten Kabelstrukturen der Erbauer zwischen verschiedenen Standorten bekannter Erbaueraktivitäten auf 4546b verlaufen. Das Kabelgehäuse enthält tatsächlich eine Form von Multimodus-Glasfaser-Kommunikationsnetzwerken, die physikalisch durch eine mikroskopische Schicht aus gepresstem Diamantstaub abgeschirmt sind. Viel besser geeignet als der Schneefuchs. Definitiv. Das ist super gut. Das ist so viel besser. Ich würde das echt gerne mitnehmen. Hallo? Oh, ich hasse es. War das jetzt die Verkabelung, die wichtig war? Oder was genau? Vermutlich nicht, ne? Wir gehen mal weiter. Wir gucken uns mal weiter um. Wie gut ich halt einfach mit ihm ausweichen konnte, ne? Mega gut. Verwurzstoffeinstoß? Ja, glaube ich auch. Ähm... Ja, das ist halt jetzt scheiße. Ich komme halt da nicht hoch. Also nur so suboptimal. Er kann halt einfach nicht hoch genug springen. Ist ja doof. Schwierig. Ich verstehe, warum es hier Medi-Kids gibt. Oh, wie süß er sich hinhockt. Wie so ein Frosch. Das ist voll niedlich. Das ist mega gut. I like. Die Frage ist nun, wo soll ich denn jetzt hin? Nordost. Ist eigentlich da so. Hat er gerade was gesnackt, sagt man? Ich glaube, er hat gerade was gesnackt, oder? Nordost. Guck nach, Tommy. Oh, hier komme ich aber nicht durch, oder? Hier komme ich nicht durch. Zumindest nicht mit dem Krebs. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ist das hier richtig? Also vermutlich ja, aber gibt es da vielleicht mit dem Krebs einen anderen Weg? Weil, äh? Dann halt der Freiluftweg. Ähm, lol. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Muss ich nicht da hoch? Doch, oder? Ich muss da hoch. Aber der Schneefuchs würde ja hier auch nicht hochkommen. Oder? Och, naja. Ich habe mich mal hochgebackt, wa? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Vermutlich nicht. Ist gut. Sogar- Sogar. Wir machen. Junge, chill dich da mal. Und du? Ah. Angekommen. Au. 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 Au, au. Cool. Wie cool. Mega gut. Das andere finden wir noch. Das ist kein Problem. Ich war jetzt nur neugierig. Großer Smaragd in reiner Form ist Spirill normalerweise farblos. Diese großen Kristalle enthalten Spuren von Chrom, was zur Ausbildung der hier gezeigten charakteristischen Smaragdgrünen Farbe führt. Bergbauaktivitäten in der Nähe dieser Kristalle legen nahe, dass sie zur Anwendung in der Erbauertechnik von Wert sind. Ja, Ellen könnte uns das halt alles erzählen und wir müssten nicht legen nahe. Wir müssten nicht vermuten. Das ist so... Hä? Ich mach dir daraus Ionenwürfel. Gott, wart ihr groß. Guckt da mal, das geht mir bis ins Gesicht. Ihr wart so groß. Einfach alles von denen leuchtet ja grün. Das stimmt wohl. Das ist wahr. So. Oh. Wait. Komme ich hier vielleicht auch mal im Krebs rein? Oh, bitte, 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 bitte. Kommst du bitte runter? Willkommen wir hier rein? Gott sei Dank. Mahlzeit. Mahlzeit. Das ist schön. Sehr, 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 sehr schön. Fortpflanzungsorgane? Wat? Boah, geil. Boah, geil. 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 Das sind Energiequellen. Oh. M. Oh. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ah. Nicht seit dem vierten Durchlauf. Gut. Na, das ist ja ein Glück. Ja, die arme Sau, das ist halt wirklich, naja, auch denen passiert sowas, ne? Sind halt auch nicht perfekt, die Erbauer, ja? Ähm, Erbauergewebe. Eine lederähnliche Gewebeprobe fremden Ursprungs-DNA-Marker weisen auf eine komplexe Mischung hin, die aus über 20 verschiedenen Quellen synthetisiert wurde. Die Gewebeprobe enthält fortschrittliche Bio-Verbundstoffe, was zu einzigartigen mechanischen Eigenschaften führt. Kompression. Höchste Druckfestigkeit schützt vor äußeren Kräften. Okay. Und kann auf eine Anpassung an extremer Umgebung hinweisen. Aufprall. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch hochenergische Stöße. Energische? Hochenergische? Ja, doch. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schäden. Aufprall. Elastizität. Ein niedrigerer Elastizitätskoeffizient ermöglicht es dem Gewebe auf Körperbewegungen zu reagieren, sich anzupassen und zu dehnen. Ah, schön. Genau mein Humor. Erbauer Gewebe, da haben wir es. Jetzt fehlen uns nur noch die Organe. Liegt man halt lebend unter Trümmern, bis man verhungert, Rauper. Ach so. Die Haut sieht noch intakt aus. Eventuell ist nur innen alles zerquetscht. Eventuell. Wenigerweise. Nein, macht Rolo. Energetisch vermutlich. Ja, hätte ich auch. Ja, ja, vermutlich. Doch mal. Er gibt Sinn. Cool. So, das Ding ist, dass ich jetzt null Ahnung habe, wo denn eigentlich der Zugang war zu den anderen Ionenwürfeln, zu denen wir eigentlich wollten. Vor allem ist auch das Wetter wieder so super, man sieht halt einfach nichts, ne? Da geht's auch nur da runter. Hey, guys. Reifst du mich an jetzt? Echt jetzt? Hau ab. Snackt ihr euch doch alle gegenseitig. Das ist natürlich das Blöde, ne? Also, ich kann zwar... Ja, der ist insoweit natürlich nicht schlecht, dass ich mit dem hier so rumlaufen kann und ganz gut geschützt bin. Aber... Aber... Ähm... Ich will ja die Viecher eigentlich nicht töten, ne? Also, ich bin ja eigentlich... Au... Ich muss mir echt angewöhnen, abzuwarten, bis der unten ist. Ich... Ich... Weißt du? Ich hab's ja eigentlich nicht so mit Töten. In dem Spiel. Qualitätsprüfung. Ja, brauchen wir hier dringend. Hm. Kommt da gerade ein Wurf von hinten, sag ich mal. Sehe ich das richtig? Hau ab. Findest du das nicht gruselig? Okay. Er findet... Er findet den Leuchtstab übrigens nicht gruselig. Das ist schlecht. Also, wir haben jetzt rausgefunden, Leuchtstab... Lichtstab funktioniert nicht bei denen. Hatten wir das damals schon mal probiert? Die Facke macht halt noch Neues. Ja. Das ist richtig. Ja, das tut mir jetzt leid, aber da werde ich sie wohl wegmatschen müssen, wenn sie mich anfummeln. Ja, ich werde das Kupferärzt nicht abbauen, ganz ehrlich. Oh, Lithium. Ich nehme die mich immer gerne mit. Grabbel. Kupfer. Silber, Kupfer. Lithium. Das würde ich gerne mitnehmen. Alter. Na. Na, sag mal. Da ist da noch eins. Da ist da noch eins. In der Ecke? Nein? Okay. Da nicht. Fackel ist Feuer. Naja, Feuer nicht wirklich. Aber sie macht halt noch ein Geräusch. Ne? Also, das ist der Unterschied. Oh, voll. Oh. Oh, wie konnte das passieren? Da hilft die Schubkanone. Okay. Öh. Darf ich kurz? Danke. Oh, Mann. Ja, gut. Viel Platz haben wir nicht mehr. Das ist ja eine Leuchtfackel. Also, das ist keine Fackel, Fackel mit Feuer. Fackel. Okay. Oh, da hier gehe ich wieder raus. Wait. Ging es da nicht noch weiter? Ne, geht es nicht. Schade. Zeit. Na gut. Tunnel liegt auf Solte. Okay, das Problem ist jetzt halt wirklich, dass ich echt keinerlei Idee mehr habe, wo wir damals das gefunden haben, weswegen ich ja eigentlich hier bin. Ah, warte mal, von hier kamen wir. Vielleicht hier. Echt? Ja, nee, kann ja nicht sein. Also, wenn ich da mit dem Krebs nicht reinkomme, kann es da nicht sein. Kann nur wo sein, wo ich mit dem Krebs hinkomme. Ja, ich habe es verstanden. Du bist ein großer, böser Wurm. Und irgendwie schlecht drauf. Was auch immer dein Problem ist. Ehe erst zurück und leer machen. Das stimmt ja. Das stimmt eigentlich. Ich bin ja eh voll. Das ist warm. Na toll. Du lässt mich bis hier vorne laufen, aber hier durchlässt du mich dann nicht. Schon klar. Ich bin ja. Aber wir haben ja jetzt ganz toll viele Ionenwürfe erst mal geholt. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht brauchen wir ja auch erst mal gar nicht mehr. Oh, ich konnte meinen Kippie nicht in meinem Inventar speichern. Wie bitter. Wo bin ich hier eigentlich? Sag mal. Ach, da ist die Dings. Okay, also man kann von der aus... Ach doch, hier hoch dann. Ich verstehe. Ob es ein Auflaufen oder... Hast du denn jetzt schon gescannt, was das Vieh ist? Ne, ich glaube, ich konnte den nicht schnellen. Der ist... Scannen, der ist zu schnell. Der verschwindet ja einfach wieder. Dann nutzt du auch meine Karte nichts. Ja, also sich da zu orientieren, finde ich auch unglaublich schwierig. Die Frage ist jetzt ja auch... Haben wir jetzt hier... Ne, hier ist immer noch. Irgendwas ist hier immer noch. Ne, also... Hier ist immer noch irgendetwas Wichtiges, was wir übersehen haben. So, ich würde jetzt aber erst mal... Zack. Schwupp. Ähm. Inventar ist voll, ne? Gute Nacht, Bani. Gute Nacht, Anni. Oh. You have found two of the three components required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Now we know why. Oh! Oh no. I thought we had a mini-qualle here in the aquarium, but she's there out. That was it was. So a qualle in a mini-format. In the aquarium. I would not like to find that. Ähm. So. Wir legen Ionenwürfel ab bis auf einen. Oder halt zwei. Nein. Wir können das ruhig so machen. So. Oh, kann ich ja noch nicht, Domi. Kann er noch nicht. So, mein Freund. Nee, warte mal. Erstmal werden die hier gegessen. New creature discovered. Mhm. Die Sau. Also von wegen New Creature. Wir haben den nur noch nie eingesammelt. Und jetzt werde ich ihn kochen. Machen. In den erbauern würde also jede Krankheit sofort omnipotent. Korrekt. Deswegen, ne. Aber die denken dann wenigstens auch an die 27 Lebensformen. Ja. Und sagen nicht einfach drauf geschüssen. Wir bauen uns einfach neue Körper. Ja. Ja. Immerhin. Ja. Es können schlimmer sein, finde ich. So, aber wir machen hier morgen weiter. Es ist echt schon spät. Und ich werde langsam richtig müde. Auch ein guter Uhl. Sie hat einen Symbionten im Bauch. Infektion ordnungsgemäß entsorgt. Steht in der Zepnautiker ein. Das ist nett. Ja, von mir auch Atlantis. Ähm. Könntest du das vielleicht unterlassen? Just asking. Das ist gruselig. Eine Qualle, ne? Das ist schon so ein bisschen. So. Ich guck mal noch, wo ich euch hinschicke. Da piekst ihm ins Auge. Würde ja... Ach guck, ich schicke euch... Ich schicke euch zu Ella. Ella spielt mit... Äh... Mit... Wicked? Äh... It Takes Two. Da schicke ich euch hin. Habt einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Und wenn ihr mögt, äh... Sehen wir uns... Always Short Streams. Was sollen das heißen? Viereinhalb Stunden. Hey! Na, bin ich nicht fertig. Arbeite. Bin um sechs aufgestanden, hab gearbeitet. Ich glaub, es hackt. Habt noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns morgen wieder. Also, wenn ihr denn mögt. Ähm... Na, war bis nächste Woche. Und ja. Eine gute Nacht. Und nein, morgen kommt kein Zwölfstunden-Stream. Nein! Viel Spaß bei Ella. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. graves Schritt защitat INTEN två li bond väl Vielen Dank.